Kapitän, eine Nachricht der Dringlichkeitsstufe 1 von der Sternenflotte. Jean-Luc, wir haben gerade sehr beunruhigende Neuigkeiten über den Anführer der Borg-Invasion erhalten. Ich weiß Bescheid. Thoral, hören Sie auf mit dem Urmang. Ein ehrloser Hund wie Sie beherrscht niemals das Reich. Da irren Sie sich, Worf. Ich besitze nun das Schwert des Kales. Der Thron der Klingonen ist mein. Ich sorge dafür, dass dieser Tag niemals kommt. Admiral Zela, die Sensoren bestätigen, es ist das Omega-Partikel. Eindämmungsfeld vorbereiten. Rufen Sie das nächste Borgschiff. Sagen Sie ihnen, ich habe einen Vorschlag. Captain, wir empfangen eine Übertragung vom Borg-Kubus. Auf den Schirm. Locutus. Picar, senken Sie Ihre Schilde und erwarten Sie Ihre Assimilation. Wenn Sie wirklich der sind, der Sie zu sein scheinen, müssten Sie wissen, dass ich mich nicht beuge. Das werden Sie. Ihre Verteidigung kann uns nicht standhalten. Ihre Kultur wird sich anpassen, um unserer zu dienen. Jeder Widerstand ist und war schon immer zwecklos. Zwecklos. Iniziere Manöver, Worftäter 1. Schreibung von der Ausgabe. Alle Waffen auf das Schiff ausrichten. Feuer! Feuer! Computer-Logbuch der Enterprise Captain Picard. Sternzeit 53550,8. Nach Ende des Dominion-Krieges und der Stabilisierung der Angelegenheiten im Alpha-Quadranten hilft die Enterprise bei der Wiederherstellung eines Außenpostens im Barysa-Sektor. Obwohl wir keine Konflikte erwarten, besagen einige Gerüchte, dass sich abtrünnige Dominion-Schiffe in der Gegend befinden, die sich weigern, den Vertrag des Dominions mit der Föderation zu akzeptieren. Die Enterprise hat den Auftrag, den Außenposten zu schützen, falls sich diese Gerüchte als wahr erweisen sollten. Ich glaube, wir können gleich auch noch eine Spur lauter machen. So, ich habe diesmal die Spielegeschwindigkeit hochgestellt. Wir rechnen nicht mit Problemen. Okay, das ist aber gerade ein bisschen sehr schnell für meinen Geschmack. Kurs wird geändert. So, das müsste besser sein. Kurs wird geändert. Aber wir erwarten keinen Konflikte, deshalb kommen wir hier mit drei Schiffen, einschließlich der Enterprise, weil Föderationsschiffe ja sonst solche Rudeltiere sind. Station fertiggestellt. Bestätigt, Sternenflotte. Stationsbau begonnen. Kurs wird geändert. Aye, aye, Sir. Bereithalten. Was nun? Captain, die Dominionsschiffe aktivieren ihre Waffen. Gehen Sie auf Erlaubstufe rot. Bestätigt, Sternenflotte. Bestätigt, Sternenflotte. Aye, aye, Sir. Ihre Befehle, Sir. So, in dieser Mission werden wir gleich wieder geirrapt. Ich werde versuchen, das für den Wort zu richten, aber alle anderen müssen sich gleich die Ohren zuhalten. Station fertiggestellt. Captain, unsere Sensoren melden Dominionsschiffe auf dem Weg zu uns. Alle Mann auf Gefechtsstation. Gefechtsstationen. Bestätigt, Sternenflotte. Steuerkurs wechseln. Feind angegriffen. Bestätigt, Sternenflotte. Bestätigt, Sternenflotte. So, OBS macht noch mit. Bestätigt, Sternenflotte. Bestätigt, Sternenflotte. Gefechtsstationen. Steuerkurs wechseln. Bestätigt, Sternenflotte. quindi, Bestätigt, Sternenflotte. 성공 input Hola, je bu'字 subconscious aware is, ben Monitor. Bestätigt, Sternenflotte. wreck Butler enfant ta политis Wenn du eine Kurs Bestätigt, Sternenflotte you護后 liegra格. Bestätigt, Sternenflotte. steuerkurs wechseln steuerkurs wechseln bestätigt sternflotte kurs wird geändert feind angegriffen captain die gegend ist vor dominion schiffen sicher aber ich registrieren merkwürdige temporale verzerrungen auf den schirm dieses schiff ich habe es schon einmal gesehen wir empfangen ein notruf höchster priorität die übertragung wurde unterbrochen zum glück aber das sollte die einzige stelle sein mit solchem irate ist auch nur in der deutschen fassung so genauso wie sie in der deutschen synchron fassung scheinberg nichts von rausch entfernung gehört haben gefächts stationen captain die prämonischen versucht uns zu kontakten auf den schirm der legendäre captain pika es ist mir eine ehre sie kennenzulernen sir captain demming sie und ihr schiff sind nicht in der datenbank der sternflotte registriert haben sie dafür eine erklärung das liegt daran dass wir nicht existieren noch nicht ich komme aus der zukunft um die föderation vor einer bevorstehenden invasion der borg zu warnen wir müssen schnell handeln wenn wir captain demming die stern flotte unterliegt strengen vorschriften die das verändern der zeitlinie eindeutig verbieten ich beabsichtige nicht die bestimmungen captain noch in dieser stunde werden die borg die sternenbasis 612 angreifen und assimilieren ihre zerstörung wird den ersten schritt der borg invasion markieren die schließlich den alpha quadranten einnahmen pk in der zeit aus der ich komme existiert die föderation kaum noch vulkan bayor chronos die erde sie alle sind assimilierte planeten dies ist unsere also gut captain ich werde der sache nachgehen lieutenant schicken sie eine nachricht an der sternenflotten kommando und berichten sie ihm von unserer situation fernrich losetti setzen sie einen kurs zur sternenbasis 612 beschleunigen computer logbuch des diensthabenden captains botschafter warf an bord der uss avenger ich wurde vorläufig von meinen pflichten auf der klingonischen heimatwelt versetzt um bei einer situation im baku system zu vermitteln die sternenflotte übergab mir das kommando über die uss avenger um alle feindseligkeiten abwehren zu können die möglicherweise entstehen hier ist botschafter vor von der vereinigten föderation der planeten ihre anwesenheit in diesem sektor stellt eine verletzung der rechte des baku raums dar ihre schiffe werden daher aufgefordert den sektor sofort zu verlassen dieser teil des weltraums gehörte und schon lange bevor die föderation überhaupt existierte wir sind gekommen um zurückzufordern was uns gehört jede feindliche aktion ihrerseits gegen die baku wird von der föderation als kriegshandlung gewertet wie sie wollen botschafter sie haben die schilde eingeschaltet und ihre waffen aktiviert auf gefechtsstation jo das ist tatsächlich wesentlich stabiler so das machen wir schon mal im vorfeld also wenn man das spiel schon besitzt und nur spielen möchte dann reicht die normale version meiner einschätzung nach aber zum aufnehmen gog aber einfach also hier in dieser szene die dialog regie für warf synchron sprecher hat komplett versagt vor allem er müsste auch aus der synchronisation für für insurrection müsste eigentlich wissen dass es das das system ist stationsbau begonnen bereit für befehle sagen sie mir wohin ich soll sagen sie mir wohin ich soll und er ist ja auch der botschafter für das klingonische reich gehört zum haus des aktuellen klingonischen kanzlers das passt eigentlich ziemlich gut was ist das ziel wir haben eine werft gebaut aber was ist jetzt der nächste schritt machen die nebel haben alle verschiedene eigenschaften die roten zerstörende schiffe die grünen heilen deine schiffe es gibt noch ein paar mehr 400 vereinen für einen frachter wo ist jetzt die avenger hier hin und gesetzt und wird angegriffen angegriffen bauen sie ihren erwerb verstärkungen und sie verstärken auf der werft ja was denn nun und sie haben eines der geschütze zerstört muss ich jetzt mal eben das ganze star trek und das spiel zu checken nicht unbedingt also ich habe auch schon als kind schon recht viel mitbekommen wir können nicht zulassen dass die sona diesen außenposten zerstören raumschiff bau begonnen ja lauerdex ist halt echt ein lauerdex ist einfach ein fetter liebesbrief also ich habe die neue staffe noch nicht gesehen aber es ist ein fetter liebesbrief an next generation aber wir haben vorhin in den testaufnahmen schon festgestellt dieses spiel ich hätte wollte es eigentlich auf schwer spielen aber schwer fügt kluschaden hinzu bei jedem treffer was gerade die helden schiffe einfach komplett fickt vor allem in cutscenes deshalb spielen wir doch auf normal auf dem weg gefichtsstationen steuerkurs wechseln memory alpha ja memory alpha einfach so wiki sind aber auch einfach so rabbit holes auf einmal habe ich dann einfach 20 tabs offen gefichtsstationen steuerkurs wechseln steuerkurs wechseln gefichtsstationen bestätigt sternflotte bestätigt sternflotte auf dem weg auf dem weg gefichtsstationen bestätigt sternflotte steuerkurs wechseln gefichtsstationen gefichtsstationen bestätigt sternflotte bestätigt sternflotte auf dem weg auf dem weg kurs wird geändert kurs wird geändert bestätigt sternflotte wenn das noch einer auf dem weg bringen sie das fest aus meinem sektor auf dem weg bringen sie das fiff aus meinem sektor Gefechtsstationen. Initiiere neues Angriffsmuster. Gefechtsstationen. Kurs wird geändert. Bereithalten. Station wird angegriffen. Bereithalten. Star Trek ist tatsächlich im Gegensatz zu wie vor allem moral und lehrreich, aber genau wie diese voller Gewalt. Das trifft es eigentlich sogar ziemlich gut, ja. Benötige zusätzliche Besatzung. Feind angegriffen. Botschafter, eine Nachricht für Sie von Admiral Hawthorne. Worf, Sie müssen sofort nach Kronos zurückkehren. Die Enterprise hat uns soeben von einer potenziellen Invasion durch die Borg berichtet. Wenn sich dies als wahr erweist, müssen Sie für die Unterstützung des Klingonischen Reichs sorgen. Verstanden. Ich kümmere mich darum, dass Kanzler Martok und die Klingonen bereit sind, der Föderation zu helfen. Worf, Ende. Jo, beim Stargate-Wiki ist das auch schlimm. Vor allem das Stargate ist auch einfach so detailliert beschrieben. Computer-Logbuch des diensthabenden Käpt'ns, Botschafter Wolf. Sternzeit 535551,6 Ich führe die Avenger durch den Icolis-Raum. Obwohl dies ein tückischer Teil des Weltraums ist, durch den man nur schwer navigieren kann, sollte es die Rückreise nach Kronos deutlich verkürzen. Thoral! Schon zweimal fehlte Ihnen der Mut, mich zu töten, Worf. Sie werden nicht lange genug leben, um eine weitere Chance zu erhalten. Sie werden auch nicht sehen, wie ich meinen Platz als Herrscher des Klingonischen Reichs einnehme. Sie haben kein Recht auf den Klingonischen Thron, Thoral. Da irren Sie sich, Worf. Sehen Sie, ich habe das Schwert des Kales gefunden. Und wem das Schwert gehört, dem gehört auch das Reich. Das ist unmöglich. Sie können das wahre Schwert des Kales nicht gefunden haben. Ich allein weiß, wo es liegt. Und daher müssen Sie sterben. Wenn ich Sie erst eliminiert habe, wird sich keiner meinem Anspruch widersetzen. Thoral! Wenn in Ihnen noch ein Funken Ehre vorhanden ist, stoppen Sie diesen Urmang, bevor das Reich zerstört wird. Die Borg sind zurück und dieses Mal werden Sie uns alle vernichten. Das ist ohne Bedeutung. Mich kann nichts und niemand aufhalten. Weder Sie, noch Kanzler Martok, noch die Borg. Ich habe Jahre auf diesen Tag gewartet. Ihr Tod wird auf ewig den ersten Schritt zu meinem Aufstieg auf den Klingonischen Thron markieren. Die Avenger hat keine Chance gegen ein Negwar-Schlachtschiff. Wir müssen Ihnen im Icolis-Raum ausweichen. Wir müssen zum Wurmloch. Feind angegriffen. So, hier werden wir in den Nebel eingeführt. Bringen Sie uns hier raus. Maximum Warp. So, ein paar Minen. Bringen Sie uns hier raus. Maximum Warp. Impulsantrieb. Steuermann, neuen Kurs setzen. Kurs setzen. Steuermann, neuen Kurs setzen. Steuermann, neuen Kurs setzen. Botschafter, Thoral und seine Schiffe haben die Verfolgung aufgegeben. Ich registriere eine hohe Strahlung. Sie scheint aus dieser verlassenen Station auszutreten. Vielleicht verschwindet die Strahlung, wenn wir die Quelle eliminieren. Ja, das war nicht so gut, dass wir da jetzt durchgeflogen sind. Aber das ist so ein Trick, den ich sehr früh gelernt habe. Wenn man die Station erobert, das zählt wie eine Sternenbasis. Wenn man sie dann demontiert, kriegt man 2000 Delizium. Kurs setzen. Triebwerke volle Kraft voraus. Setzen Sie Kurs auf das nächste Wurmloch. Steuermann, neuen Kurs setzen. Bereiten Sie ein Team vor. Wir werden die Station entern und übernehmen. What? Das ist ein Schiff? Stellen Sie ein Außenteam. Vor allem mit fünf Leuten, du kannst einfach das komplette Schiff steuern. Neuer Kurs wird gesetzt. Triebwerke volle Kraft voraus. Triebwerke volle Kraft voraus. Neuer Kurs wird gesetzt. Kurs setzen. Bringen Sie uns hier raus. Maximum Warp. Energie. Steuermann, neuen Kurs setzen. Versuchen, glaube ich, ein bisschen. Sind es eigentlich zu kurz dafür, dass sie sowohl versuchen, den Plot aufzusetzen und Tutorial zu sein. Die Sensoren melden eine verlassene Sternenbasis hinter dem Nebelfleck. Bereiten Sie ein Team vor und beginnen Sie mit der Neubesetzung und dem Wiederaufbau der Basis. E-Ü-Sö. Verstehe. Von jetzt ist es einfach random eine Sternenbasis. Kurs setzen. Statusbericht. Worf auf Empfang. Hallo, kannst du mal bitte... Energie. So, weil dann können wir nämlich jetzt in der Sternen... Der Werft unsere Schiffe reparieren. Benötige zusätzliche Besatzung. Vielleicht ist heute ein ausgezeichneter Tag zum Sternen. So, und jetzt können wir theoretisch nämlich hier noch ein paar neue Schiffe uns bauen. Und da wir so viel... Äh, so viel Delizium bekommen haben... Raumschiffbau begonnen. Können wir total ausrasten. Vielleicht ist heute ein ausgezeichneter Tag zum Sternen. So, wir setzen mal... Genau, wir setzen mal die Avenger und die beiden Schiffe, die wir übernommen haben... Auf die 1. Können wir hier in diesem Teil schon... Ja, wir können sogar schon... Wir können sogar schon... Wir können sogar schon... Wir können sogar schon im ersten Teil Werftengruppen hinzufügen. Aber aus irgendeinem Grund... führt das nicht dazu, dass die Schiffe automatisch zu der Gruppe gehören. Das ist nämlich, glaube ich, ein extra neues Feature aus dem zweiten Teil gewesen. Und das Problem ist, jetzt fliegen sie auch in den Nebel. Bringen sie uns hier raus. Maximum War. Alle Waffen werden auf das Spiel gerichtet. Feind angegriffen. Bord auf Entsatz. Hä, die Sau Paolo? Die dürfte gar nicht hier sein. Impulsantrieb. Setzen sie Kurs auf die nächste Reparatur. Aber gut, die Feindklasse haben sie auch komplett... genervt. Raumschiff fertiggestellt. Gibt es nur den einen Track. Ich glaube, es variiert auch noch ein bisschen. Vor allem mit den anderen Kampagnen. Aber da wir auch immer wieder neue Missionen gerade starten... ...wiederholt sich das noch sehr. Fertig für die Schlacht. Raumschiff fertiggestellt. Impulsantrieb. Alle Sektionen in Bereitschaft. Heute ist ein großartiger Tag für eine Schlacht. Raumschiff fertiggestellt. Alle Sektionen in Bereitschaft. Alle Sektionen bricht. Triebwerke volle Kraft voraus. Bringen Sie uns hier raus. Maximum warm. Raumschiff fertiggestellt. Steuermann, neuen Kurs setzen. Neuer Kurs wird gesetzt. Steuermann, neuen Kurs setzen. Uh. Verstanden. Hello, Fren. Verstanden. Nächste Reparatureinrichtung wird geortet. Statusbericht. Alle Sektionen in Bereitschaft. So, das dazu nehmen. Den auch, den auch. Dann machen wir daraus die zwei. Alle Sektionen in Bereitschaft. Fertig für die Schlacht. Gefichtsstationen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bewaffnet und Fertig. Bestätigt, Sternenflotte. Bestätigt, Sternenflotte. Sie haben einfach Armed and Ready mit Bewaffnet und Fertig übersetzt. Uff. Statusbericht. Bewaffnet und Fertig. Ja, deutsche Synchros der 2000er. Raumschiff fertiggestellt. Alle Sektionen in Bereitschaft. So, der Nachfolger hat ja auch schon mal angefangen, ein bisschen 3D zu simulieren. Bewaffnet und Fertig. Was aber nicht wirklich viel gebracht hat. Alle Sektionen in Bereitschaft. Aber ich sag mal so. Du musst halt irgendwie auch ein Map-Terrain schaffen. Hm, und das machen die halt hier mit den Nebeln und mit den Asteroiden und den Wurmlöchern. Verstanden. So, das ist jetzt einfach dem Gameplay geschuldet, dass das sonst nicht funktioniert. Fertig für die Flachen. Genauso wie, ähm, wie in Stellaris mit den Hyperraum-Linien. Sonst hast du einfach keine, äh, keine Map-Beschaffenheit. Heute ist ein großartiger Tag für eine Schlacht. Bewaffnet und Fertig. Richtung wird angepasst. Vielleicht ist heute ein ausgezeichneter Tag zum Stern. Nein, nicht in die, in den Nebel reinfliegen, bitte. Großartiger Tag für eine Schlacht. Das ist aber auch selten, dass sich die Asteroiden so bewegen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Damit kann das Pathfinding überhaupt nicht umgehen. Fertig für die Schlacht. Triebwerke volle Kraft. Wir haben abgemacht, dass es ein Kriegsverrechen ist, sich in der dritten Dimension nach oben zu bewegen. Ja. Offensichtlich hat man ja auch in, äh, den alten Serien immer gehabt. Da haben sich die Schiffe ja auch immer aus dem gleichen Winkel genähert. Aber ich sag mal so. Wenn man dann sieht, wie sie in Discovery das versucht haben, halt... ...ein bisschen mehr zu variieren, aber halt gleichzeitig auch mal so beschissene Kamerawinkel hatten. Oder beschissene Beleuchtung. Die zwar realistischer war, aber du hast halt nichts gesehen. Kurs ändern. Vielleicht ist heute ein ausgezeichneter Tag zum Stern. Fertig für die Schlacht. Neuer Kurs wird gesetzt. So, das müsste Attack-Move sein, oder? Bewaffnet und fertig. Heute ist ein großartiger Tag für eine Schlacht. So, schieb mal bitte in den Nebel. Triebwerke volle Kraft voraus. Wir können Tora leider in dieser Mission noch nicht töten. Pulsfaser abfeuern. Reind angegriffen. Bringen Sie uns hier raus. Maximum Wurm. Wir werden uns dieseln. Jo, und da läuft er schon wieder weg. Steuermann, neuen Kurs setzen. Admiral, Toral, der Anführer des Hauses von Duras, behauptet, er habe das Schwert des Kales gefunden. Er will es benutzen, um sich den Hohen Rat der Klingonen zu unterwerfen. Wenn ihm dies gelingt, wird das Reich ins Chaos gestürzt. Sie werden die Föderation nicht gegen die Borg unterstützen können. Die Sternenflotte kann sich nicht in die internen Angelegenheiten der Klingonen einmischen. Doch wir brauchen ihre Unterstützung. Sie kennen die Situation am besten, Worf. Wie schätzen Sie sie ein? Sir, ich hege den Verdacht, dass Thorals Schwert eine Fälschung ist. Ich weiß, wo sich das wahre Schwert befindet. Wenn ich es finde und Kanzler Martok übergebe, hat Thoral keinen rechtmäßigen Anspruch auf den Klingonischen Thron. Sehr gut, Worf. Ich erteile Ihnen das Offizierspatent des Käpt'ns. Sie kommandieren die Avenger bis auf Weiteres. Führen Sie Ihren Plan aus. Verstanden, Admiral. Worf, Ende. So, das heißt, wir porten uns jetzt einmal in den Gamma-Quadranten, der bestimmt nicht auf dem Weg zum Klingonischen Reich lag. Wir haben es, Sir. Hervorragend. Beamen Sie das Schwert des Kales an Bord und schicken Sie eine Nachricht an Kanzler Martok. Sagen Sie ihm, dass wir unterwegs sind. Computer-Logbuch der Enterprise Captain Picard. Sternzeit 5355 1,3. Seit wir die Warnung der USS Premonition hinsichtlich der Borg empfangen haben, versuchen wir Kontakt zur Sternenbasis 612 aufzunehmen. Bisher jedoch ohne Erfolg. Ich fürchte, unsere Hilfe könnte zu spät kommen. Captain, wir befinden uns nun in Sichtweite. Müşter der Vater erläutert. Kapitel 1 Kapitel 1 Kapitel 1 Basis bringen. Okay, das hätte auch einfach die Station machen können. Ja, aber das Schwert gerade war ziemlich groß, das stimmt. Andererseits sind sich die Schiffe der Define-Klasse ja nicht besonders groß. Dann noch Kamerawinkel. Die Venture-Klasse lohnt sich eigentlich schon fast nichts zu reparieren. Aye, aye, Sir. Bin auf Empfang. Wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Ich finde es toll. Sie haben ein bisschen... Ein bisschen treiben die Schiffe auch. Aber sie verlangsamen sich dann von selber. Unterwegs. Warte auf neue Befehle. Aye, Sir. Alles klar. Alle Sektionen bericht. Ja, das Schiff ist nicht so worth, auch nicht. Ich will vor allem... Oh, Nebula-Klasse. Die können wir nicht bauen. Also noch nicht. Ihre Befehle, Sir. Ich werde es reparieren. Problem ist halt hier in dieser Mission am Anfang vor allem... ...so. Energie. Schiff ist einsatzbereit. Mr. LaForge, leiten Sie alle verfügbare Hilfsenergie in die Triebwerke um. Ehre zur Basis zurück. Statusbericht. Energie. Steuerkurs wechseln. Machen Sie es so. Forschungsschiff eingetroffen. Die Nebula-Klasse haben Sie, finde ich, nicht ganz so gut getroffen. Schiff ist einsatzbereit. Ich empfange Transwarp-Signaturen. Sie kommen auf uns zu. Auf Gefechtsstation. Angriff. Auf dem Weg. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Gehre zur Basis zurück. Nein, du gehst bitte erkunden. Nein, ihr geht nicht alle Scouten, weil sonst scoutet ihr alle die gleiche Richtung. Folgen Sie mir. Gefechtsstationen. Nächste Reparatureinrichtung wird geortet. Heim angegriffen. Statusbericht. Feuer wird auf das Schiff umgeleitet. Mr. LaForge, leiten Sie alle verfügbare Hilfsenergie in die Triebwerke um. Statusbericht. Forschungsschiff eingetroffen. Kurs wird auf nächste Reparatureinrichtung gesetzt. Forschungsschiff eingetroffen. Alle Sektionen bericht. Angriff. Auf dem Weg. Gehre zur Basis zurück. Nein, nicht zur Base zurückkehren. Du gehst bitte scouten. Sagen Sie mir, wo ich nicht soll. Erwarte Befehle. Die fliegen wirklich ziemlich ähnliche Wege. Alle Sektionen in Bereitschaft. Energie. Neuer Kurs wird eingegeben. Auf dem Weg. So, wir haben genug Dilizium für eine zweite Sternenbasis. Bestätigt, Sternenflotte. Stationsbau begonnen. Nächste Reparatureinrichtung wird geortet. Energie. Alle Sektionen bericht. Alle Sektionen bericht. Machen Sie es so. Nummer 1, stellen Sie ein Außenteam zusammen. Warte auf Befehle. Machen Sie es so. Mr. LaForge, leiten Sie alle verfügbare Hilfsenergie in die Triebwerke um. Bereithalten. Kurs wird geändert. Ihre Befehle, Sir. Aye, aye, Sir. Nummer 1, stellen Sie ein Außenteam zusammen. Machen Sie es so. Erwarte Befehle. So, die Station müsste gleich fertig sein. Aye, aye, Sir. Station fertiggestellt. Finden Sie die nächste Werft. Gibt es im Spielstein, die du absurd hochholen kannst? Kurs wird geändert. Nächste Reparatureinrichtung wird geortet. Kurs wird auf nächste Reparatureinrichtung gesetzt. Bereithalten. Bereithalten. Alle Sektionen in Bereitschaft. Gefichtsstationen. Ihre Befehle, Sir. Aye, aye, Sir. Bin auf Empfang. So, wir bauen noch einen dritten Frachter, weil pro Mond können wir etwa drei Frachter arbeiten lassen. Das sollte funktionieren. Richtung wird angepasst. Mr. Data, setzen Sie Kurs auf die nächste Reparatureinrichtung. Wir müssen eine nahegelegene Sternenbasis finden. Folgen Sie mir. Bestätigt. Gehre zur Basis zurück. Richtung wird angepasst. Bereithalten. Gefechtsstationen. Bestätigt, Sternenflotte. Nächste Reparatureinrichtung wird geortet. Auf der Weg. Ich meinte, ihr sollt euch Einheitensprache ausmachen? Gefechtsstationen. Steuerkurs wechseln. Erwarte Befehle. Bestätigt, Sternenflotte. Eint angegriffen. Station wird angegriffen. Schiff ist einsatzbereit. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Bestätigt, Sternenflotte. Nein. Mr. Data, setzen Sie Kurs auf die nächste Reparatureinrichtung. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Captain, ich empfange Warp-Signaturen der Föderation. Sie kommen auf uns zu. Die Sternenflotte kann unmöglich so schnell auf unsere Nachricht reagiert haben. Gehen Sie auf Alarmstufe Rot. Das sind Borg-Energie-Knoten. Sie müssen die Schiffe assimiliert haben. Alarm an alle Schiffe. Wo laufen sie denn? Ei, Ei, Sir. Ei, Ei, Sir. Bin auf Empfang. Stationsbau begonnen. Verstanden. Feind angegriffen. Na los. Crew ist bereit. Station wird angegriffen. Und ich glaube, damit verletzt sich meine eigenen Schiffe auf. Auf dem Weg. Schon passiert. Jo. Finden Sie die nächste Werft. Stima nachgelassen ist ja extra zum, für, äh, feindliche Verteidigung. Na los. Schon passiert. Statusbericht. Die Borg haben zweifellos einen Außenposten in diesem Gebiet eingerichtet. Wir müssen ihn finden und zerstören. Alle Sektionen in Bereitschaft. Okay, wir dürfen die Stima in einer Klasse tatsächlich noch nicht selber bauen. Alle Sektionen bericht. Bewaffnet und fertig. Bestätigt. Kurs ändern. Statusbericht. Richtung wird angepasst. Statusbericht. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bewaffnet und fertig. Feind angegriffen. Feuer voller Energie. Bewaffnet und fertig. Richtung wird angepasst. Feuer voller Energie. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bewaffnet und fertig. Na los. Waffensbericht. Alle Sektionen in Bereitschaft. Richtung wird angepasst. Warte auf Befehle. Bewaffnet und fertig. Wenn was man denn auch lassen muss. Diese Bauanimationen von den Schiffen haben sie schon einigermaßen detailliert für die Zeit hinbekommen. Traumschiff fertiggestellt. Statusbericht. Kurs ändern. Kurs ändern. Statusbericht. Statusbericht. Alle Sektionen in Bereitschaft. Das Spiel ist der Traum eines jeden Gegens. Man darf gefrorenen Spinat attackieren. Ich glaube du bist der erste und einzige Mensch der die Borg als gefrorenen Spinat bezeichnet. Ausstatt. Abgesehen davon habe ich Spinat tatsächlich nie verschmäht. Feuer voller Energie. Das ist Bericht. Bestätigt. Sternflotte. Die Borg haben zweifellos einen Außenposten in diesem Gebiet eingerichtet. Wir müssen ihn fliegen und zerstören. Bewaffnet und fertig. Neuermann neuen Kurs setzen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Die kommen aus einem Ubisoft? Neuermann neuen Kurs setzen. Achso. Ja. Der temporale Vortex. Kursfaser abfeuern. Statusbericht. Schon passiert. Bestätigt. Sternflotte. Alle Sektionen bericht. Bestätigt. Sternflotte. Kurs ändern. Gewichtsstationen bewaffnet und fertig. Forschungsschiff eingetroffen. Kettenreaktionspulsar. 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 Bestätigt. 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 Sternflotte. Alle Sektionen in Bereitschaft. Feind angegriffen. Na los. Schon passiert. Gefichtsstationen. Forschungsschiff eingetroffen. Auf dem Weg. So, jetzt zerstören wir nämlich die Bewerb. Gefichtsstationen. Forschung abgeschlossen. Feind angegriffen. Gefichtsstationen. Bewaffnet und fertig. Feuer volle Energie. Crew in Bereitkeit. Alle Sektionen in Bereitkeit. Auf dem Weg. Bereitheit. Feuer wird auf das Schiff umgeleitet. Machen Sie es schon. Phaser und Quantentorpedos werden vorbereitet. Neuer Kurs wird eingegeben. Machen Sie es so. Feuer wird auf das Schiff umgeleitet. Schiffe erfasst. Warte auf Befehle. Mr. Lafort, schleifen Sie alle verfügbare Hilfenergie in die Triebwerke rum. Auf dem Weg. Und sie haben ja einfach eine Minestation, die keinen Mond hat. Gefechtsstationen. Feind angegriffen. Bereit halten. Warte auf Befehle. Ziel erfassen und laden. Bereit halten. Bereit halten. Bereit halten. Bestätigt, Sternenflotte. Bestätigt, Sternenflotte. Bereit halten. Gefechtsstationen. Kurs wird angepasst. Die Dark Orbit habe ich ja nicht mitbekommen damals. Aber diese Browser Games, boah. Die sind auch nicht gut gealtert. Gefechtsstationen. Bringen Sie das Schiff aus meinem Sektor. Captain, ich empfange Warpsignaturen der Föderation. Sie kommen auf uns zu. Picard, alle Schiffe im Quadranten sind in Alarmbereitschaft. Die Enterprise wird die Premonition zur Untersuchung und Reparatur zur Mannheim-Forschungsstation eskortieren. Dann kehren Sie zum Kommando der Sternenflotte. Lieutenant, öffnen Sie einen Kanal zur Premonition. Captain Deming, wir konnten den ersten Angriff der Borg auf die Sternenbasis 612 abwehren. Ich danke Ihnen, Captain. Möglicherweise haben wir eben der Föderation die Überlebenschance gegeben, die sie braucht. Ich hoffe nur, dass es ausreicht. Und das ist doch ein paar Möglichkeiten. Wie smelled websites that are not videoய Mutu? Und die Internet. Stichwortária ist in Alarmbereitschaft. Oh, oh, oh. Du bist das. Das Reich. Informieren Sie die Schiffswerften, dass sie ihre Produktion erhöhen müssen. Das war nur der erste Angriff. Wenn die Burg zurückkehren, werden sie stärker sein. Klingonenkrieger, sorgen wir dafür, dass Sie sich in Ihren Liedern an diesen Tag erinnern. So, wir haben direkt schon eine recht stattliche Flotte. So, wir benötigen die, ähm, das Waffenlabor. So, wir haben ein neues Schiff für die Flotte. So, ich deaktiviere aber gerade die, ähm, Einheitensprache. Unsere Basis wird angegriffen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ich schläf könnte Gott sich. Neue Station ist fertig. Wow, mit einem überlebenden Besatzungsmitglied. Der dürfte dann wohl jetzt eine klingonische Beförderung zum Käpt'n bekommen haben. Ich glaube, es gibt ein Limit, wie viele Soundeffekte gleichzeitig abgespielt werden können. Okay, ich habe hier etwas probiert. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, dieser Sound endet jetzt Schiffsbau hat begonnen Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen Wir haben ein neues Schiff für die Plotte Stationsbau wurde begonnen Wir haben auch hier bei den klingonischen Einheitensachen Die Regie war auch nicht vorhanden, glaube ich Wir haben eine neue Waffe entwickelt Die Basis wird angegelt Die Schacht hat begonnen Okay, die Borg wissen anscheinend auch nicht, wie man um Asteroidenfelder herumfliegt Wieso passt das hier nicht hin? Ähm Wieso könnt ihr doch nicht bauen? Hier geht's Hier geht's auch Okay, hat einmal da eins ein Check, ob äh Heimliche Schiffe in der Nähe sind Die Schacht hat begonnen Die Schacht hat begonnen Und da haben sie das eine Schiff assimiliert Auf der anderen Seite kann man es hier aber auch gut schaffen, mal einen Kubus zu erobern Ich weiß zwar nicht, wie die Klingonen ihn dann fliegen, aber sie können es Neue Station ist fertig Schiffsbau hat begonnen Stationsbau wurde begonnen Die Klingonen haben auch anscheinend nur einen Namen für ihre Sternenbasen, der Deshalb hängen sie direkt das A dran Wir haben ein neues Schiff für die Flotte Unsere Basis wird angegriffen Die Schacht hat begonnen Wir haben ein neues Schiff für die Flotte Neue Station ist fertig Schiffsbau hat begonnen Wir haben ein neues Schiff für die Flotte Die Schlacht hat begonnen Unsere Basis wird angegriffen Wir haben ein neues Schiff für die Flotte Wir haben ein neues Schiff für die Flotte Dieser Effekt Wir haben ein neues Schiff für die Flotte 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 Die Schlacht hat begonnen Unsere Basis wird angegriffen Schiffsbau hat begonnen Wir haben ein neues Schiff für die Flotte Verstärkungen sind unterwegs Unsere Basis wird angegriffen Wir haben ein neues Schiff für die Flotte 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 Schiffsbau hat begonnen Die Schlacht hat begonnen Wir haben ein neues Schiff für die Flotte Wir haben ein neues Schiff für die Flotte Oh, da ist eine große Werft. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Schlacht hat begonnen. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Kann sich jetzt mal bitte... Die Schlacht hat begonnen. Oh, sie benutzen sogar meine eigenen Schiffe gegen mich. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Schlacht hat begonnen. Versuchen, um den Nebel herumzufliegen, aber manchmal wissen sie doch nicht so richtig, welchen Weg sie gehen sollen. Oder fliegen sollen. Okay, Lebenserhaltung, Waffen und Antriebe. Das heißt, es drifte erstmal schön aus der Reichweite. Die Schlacht hat begonnen. Und dann hängt er auch noch im Nebel rum, ist klar. Die Schlacht hat begonnen. Die Schlacht haben. Die Schlacht hat begonnen. Ja, das ist egal. Jetzt. Oh, das ist egal. Die Schlacht hat begonnen. Die Schlacht hat ein Waffen. Natürlich. So, wir haben aber noch nicht ihre Hauptbasis gefunden. Hier muss irgendwo noch ihr Nexus sein. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber das, was ich an diesem Spiel schätze, ist, dass die auch wirklich mal zeigen, wie auch die Romulaner und die Klingonen gegen die Borg kämpfen. Die Borg scheint ja irgendwie in den Serien ja immer so ein föderationsspezifisches Problem zu sein. Ich meine, das Lower Decks Intro zeigt da eine Schlacht, aber ansonsten wissen wir vielleicht von einem Romulaner-Schiff, das assimiliert würde. Gut, wenn man von dem Schiff weiß, dann erklärt es vielleicht auch, warum die Borg gesagt haben, nope, das machen wir nicht nochmal. So, und jetzt die Suche nach den letzten Gegnern. Schiffsbau hat begonnen. Schiffsbau hat begonnen. Die Schacht hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. 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 Es gab auch PvP, aber du konntest tatsächlich noch nicht speichern im Multiplayer bzw. im Skirmish. So, jetzt langsam frage ich mich aber... Ich glaube, was PvP und Mods angeht. Also, es gab es auch für den ersten Teil, aber da hat sich der zweite Teil dann doch mehr gehalten. Trotz einiger neuer Mechaniken, die nicht so gut durchdacht waren. Ich habe ein neues Schiff für die Plotte. Ich habe die Plotte. Ich habe einen Neu-Gal. Ich habe die Plotte, die Plotte aufgelöst. Ich habe die Plotte. Ich habe die Plotte. Kanzler Martok, alle Bordschiffe in diesem Sektor wurden zerstört. Wir haben gesiegt. Damit gehört dieser Tag uns. Kontakten Sie die Heimatwelt. Finden Sie heraus, warum die Unterstützung nicht eingetroffen ist. Und schicken Sie eine Nachricht an die Föderation. Informieren Sie sie, dass Kanzler Martok die Borg aus dem Gamma-Eridon-System vertrieben hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Kanzler Martok, unsere Unterstützung ist eben in den Sektor gekommen. Sie rufen uns. Das wurde auch Zeit. Thoral! Jetzt weiß ich, warum die Flotte aufgehalten wurde. Verzeihung, Kanzler. Doch ich hatte etwas Wichtiges zu tun. Ich weiß, wovon Sie reden, Thoral. Worf hat mir schon von Ihrem Verrat berichtet. Er ist nun mit dem wahren Schwert des Kales unterwegs. Sie werden schon lange tot sein, wenn er hier eintrifft. Thoral, Sie sind ein Narr. Dunkle Mächte sammeln sich am Horizont. Und Sie wollen, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Ich habe einige Fragen. Zum Beispiel, wo ist die Negwa? Stationsbau wurde begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Unsere Basis wird angegriffen. Klingonische Politik ist manchmal schon ein bisschen weird. Ich mag diese Map ehrlich gesagt nicht so gerne, weil man ist hier ziemlich passiv unterwegs die meiste Zeit. Wir haben ein neues Schip für die Flotte. Neue Station ist fertig. Schiff hat begonnen. Unsere Basis wird angegriffen. Wir haben ein neues Schip für die Flotte. Wir haben ein neues Schip für die Flotte. Unsere Basis wird angegriffen. Stationsbau wurde begonnen. So, wir bauen mal ein paar Torpedo geschützt. Äh, Geschütze. Stationsbau wurde begonnen. Wir haben ein neues Schip für die Flotte. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Neue Station ist fertig. 450 brauchen wir pro Teil. Stationsbau wurde begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Neue Station ist fertig. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. So, wir igeln uns mal ein. Huch. Ähm. Stationsbau wurde begonnen. Jetzt, worauf wartet unser Gegner gerade? Die Schlacht hat begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Unsere Basis wird angegriffen. Jetzt geht's mal langsam los. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Aber wir können hier theoretisch sogar schon die Reichswerft bauen. Neue Station ist fertig. Aber die Rohstoffe dafür haben wir eigentlich gar nicht. Stationsbau wurde begonnen. Wäre natürlich spannend, wenn wir ein paar von den feindlichen Neguars übernehmen könnten. Aber dafür bräuchten wir direkt mehrere von denen hier und ihre Spezialwaffe. Verstärkungen sind unterwegs. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Stationsbau wurde begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Schiffsbau hat begonnen. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Benutzt die KI eigentlich Tarnung gegen mich? Ich hab's nur sehr selten mal erlebt. Stationsbau wurde begonnen. Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. Wir haben ein neues Ship für die Flotte. Schiffsbau hat begonnen. Kanzler, die USS Avenger ist neben dem Sektor eingetroffen. Wir haben ein neues Ship für die Flotte. So. Bitte eskortiert die Avenger. Huch, der knegonische Scout kann sich nicht tarnen. Ich hatte im Kopf, dass er sich tarnen kann. Unsere Batis wird angegriffen. Die Schwert hat begonnen. Und auch so ein Ding im ersten Teil kann man Enter-Trupps rüberbeamen, ohne die eigenen Schilde senken zu müssen. Unsere Batis wird angegriffen. Unsere Batis wird angegriffen. Leute, helft mal mit hier. Feind angegriffen. Wir empfangen eine Nachricht vom Botschafter-Worf. Kanzler, ich habe das wahre Schwert des Kales. Kehren Sie mit mir nach Kronos zurück und wir beweisen, dass Thoral ein Schwindler ist. Ich werde nicht wie ein Feigling die Schlacht meiden. Wir werden Thoral bekämpfen, aber nicht hier. Sie haben ihren nächsten Auftritt auf unserer Heimatwelt vor dem Hohen Rat, Kales und unserem Volk. Ich versichere Ihnen, es wird eine glorreiche Schlacht. Na schön, Worf. Wir können durch das Wurmloch in diesem Sektor entkommen. So, dieses Wurmloch ist anscheinend gerne mal ein bisschen buggy. Und das haben sie jetzt anscheinend auch frisch gespawnt. Weil vorher konnten wir es nicht sehen. Also, wir können durch das Wurmloch in diesem Sektor entkommen. Wir können durch das Wurmloch in diesem Sektor entkommen. Wir haben bereits mit Ihrem Angriff unsere Verbündeten begonnen. Das Schicksal von Kronos ist in der Spie. Weil Sie diese Schlacht gewinnen, können Sie überleben. Geben Sie mir das Schwert und bringen Sie mich zu meiner Kommandozentrale, damit ich die Streitkräfte übernehmen kann. Kanzler, ich werde als Offizier der Föderation zurücktreten, um als Mitglied unseres Hauses an Ihrer Seite zu kämpfen. Nein, Worf, Sie müssen mir bei wichtigeren Dingen helfen. Nehmen Sie die Avenger und lassen Sie sie mit einer neuen Tarnvorrichtung ausstatten. Wenn Ihr Verdacht sich bestätigen sollte, ob Thoral sich mit den Romulanern verbündet hat, wird er sicher bei Ihnen Schutz suchen, wenn wir ihn von Kronos vertreiben. Sie müssen diesen Verdacht bestätigen, wenn er sich zurückzieht. Nun gut, Kanzler. Ich werde bereit sein. Also für 2000, 2001 sind zumindest die Heldenschiffe schon recht titaniert, das muss man echt sagen. So, das ist die am bescheuertsten platzierte Minenbasis, die ich je gesehen habe. Aber wenn ich gerade nichts verpasst habe, dann hat Worf nichts von seinem Verdacht erzählt, dass Thoral wieder mit den Romulanern arbeitet. Also ist das Offscreen passiert. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Stationsbau wurde begonnen. Stationsbau wurde begonnen. gut. Aber ich glaube, auf unserer Seite der Map ist nicht wirklich viel zu finden. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Hier ist einfach rein gar nichts. Warum dieser Nebel wäre potenziell ja nützlich, wenn er nicht so weit weg wäre. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Die Schacht hat begonnen. Unsere Basis wird abgegriffen. Wir können dort nicht bauen. Stationsbau wurde begonnen. So, wir brauchen noch mal ein bisschen Verteidigung da drüben. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Unsere Basis wird angegriffen. Die Schacht hat begonnen. Verstärkungen sind unterwegs. Stationsbau wurde begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. So, zwei Monde. Das soll eigentlich ganz gut funktionieren. Neue Station ist fertig. Unsere Basis wird angegriffen. Stationsbau wurde begonnen. Die Schacht hat begonnen. Die Schacht hat begonnen. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. So, für die Reichsnerft haben wir gerade noch nicht genug Ressourcen. Oh, da hauen die ausgefangenen Lebenshaltungssysteme gut rein. Das ist ja gut, dass wir im Vorfeld die Crew aufgestockt haben. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Hm, das Schiff könnten wir uns natürlich snacken. Stationsbau wurde begonnen. Demontieren Sie dieses Schiff. Demontieren Sie dieses Schiff. Verstärkungen sind unterwegs. Unsere Basis wird angegriffen. Die Schacht hat begonnen. Die Schacht hat begonnen. Neue Station ist fertig. So, da brauchen wir jetzt ein nächstes. Ne, das Waffenarsenal brauchen wir nicht. Oh, die Schockwellen werft. Aber die war teuer, wenn ich mich richtig erinnere. Schiffsbau hat begonnen. Schiffsbau hat begonnen. Die Schacht hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Verstärkungen sind unterwegs. Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. So, du gehst mal scouten. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Unsere Basis wird angegriffen. Verstärkungen sind unterwegs. Die Schacht hat begonnen. Deine Band-Waffensystems hat ausgetogen. Der Zugbau wurde begonnen. Unsere Basis wird angegriffen. Und der Bekauf mit sie nachgedehnt. Und der Bekauf- und schau- und schau- und schau- und schau- und schau- und schau- und schau. Wir haben ein neues Schiff für die Knoppen. Überlebt bitte. Offenblick. God bless. Schiffsbau hat begonnen. Wir haben eine neue Waffe entwickelt. Stationsbau wurde begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Knoppen. Der Bau einer neuen Gefängsstation ist abgeschlossen. Stationsbau wurde begonnen. Welchen sind halt eigentlich die Crew-Funktion? Kannst du ja Schiffe auch erobern. Das beeinflusst halt auch noch Reparaturgeschwindigkeit und Feuergeschwindigkeit. Unsere Basis wird angegriffen. Verstärkungen sind unterwiegend. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Der Bau einer neuen Gefängsstation ist abgeschlossen. Stationsbau wurde begonnen. Die Schlacht hat begonnen. wir haben ein neues wir sind wirklich ein borkus einzugehen ja er hat zwar seine 1000 drohnen und die bork haben glaube ich auch recht also ich glaube die haben bei ihren crew stats alles auf überdurchschnittlich genau weil hier klingonen reparaturfähigkeit der crew unterdurchschnittlich aber sind gut im entern oder verteidigen klingonen sind einfach die bork sind bei allen was das angeht schiffsbau hat begonnen wir haben ein neues schiff für die plotte wir haben nicht genügend ressourcen demontieren sie dieses schiff verstärkungen sind unterwegs wir haben ein neues schiff für die plotte so wir haben ein bisschen auf hier ist ein spielte ist wer sich durch die bork hat immer noch effizienz verliert Ähm, wie meinst du das? Ne, alles was die Borca similieren, gehört ja auch automatisch dann zu dem Borg, also hat auch dann die Eigenschaften. Schiffe behalten, glaube ich, ihre Stats, wobei sie bei dem, wenn sie halt assimiliert sind, halt natürlich alle diese schönen Energieknoten drauf haben. Komm schon. Oh, dann haben sie einst das Schiff einfach. Schiffsbau hat begonnen. Wie können sie es wagen? Was ich auch cool finde, sie haben sich hier eine schöne, äh, schön was ausgedacht, was auch zur Klingonenkultur passt. Weil das, dieses Schiff ist ein Selbstmordschiff. Aber sie haben es halt so erklärt, dass das praktisch sowas ist für Klingonen, die halt, äh, zu alt oder zu krank sind, um noch richtig zu kämpfen, aber halt sich einen ehrenvollen Tod wünschen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Die Schiff hat begonnen. Wir haben eine Subraumanomalie entdeckt. Boom. Der Bau einer neuen Gefängsstation ist abgeschlossen. Klar, die hat das natürlich überlebt. Die Schiff Untertitelung des ZDF, 2020 Kanzler, es ist, wie ich vermutet habe, Toral hat sich mit den Romulanern verbündet. Diese verräterischen Romulaner! Sie haben sich nun zum letzten Mal in die Angelegenheiten des Klingonischen Reiches eingemischt. Man hat mir befohlen, zum Kommando der Sternenflotte zurückzukehren. Was soll ich Ihnen sagen? Ich kann diesen Romulanischen Versuch, meine Herrschaft zu beenden, nicht ignorieren. Ich habe keine andere Wahl, als dem Sternenimperium den Krieg zu erklären. Bis dieser Konflikt gelöst ist, kann ich es mir nicht leisten, die Föderation gegen die Burg zu unterstützen. Ich will, dass jedes Romulanische Schiff und jede ihrer Stationen in diesem Sektor zerstört werden. Hat ja hervorragend funktioniert, was Worf vorhatte. Stationsbau wurde begonnen! Stationsbau wurde begonnen! So, ihr geht scouten! Stationsbau wurde begonnen! Station ist abgeschlossen. Verstärkungen sind unterwegs. Moment, das dürfte ihn enttarnen. Genau, das hat ihn jetzt enttarnt, weil er durch den einen Nebel geflogen ist. Neue Station ist fertig. Schiffsbau hat begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Ich bin mal gespannt, ob die Rolana hier irgendwie mal Bergbauschiffe einsetzen, weil eigentlich cheatet die KI, soweit ich mich erinnere, nicht super krass. Also, kann sein, dass er vielleicht ein paar Multiplikatoren kriegt, aber... Schiffsbau hat begonnen. Ist nicht wie Präherbe der Könige. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Schlacht hat begonnen. Die Schlacht hat begonnen. Kann man bei EDK-Pop von Cheaten sprechen. Wenn die KI augenscheinlich normal rekrutiert, aber unbegrenzt Rohstoffe dafür kriegt und es deshalb gar keinen Sinn macht, irgendwie zu versuchen, ihre Siedlungen zu zerstören, dann ja. Die Schlacht hat begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Die Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. Wir haben eine neue Waffe entwickelt. Die Schlacht hat begonnen. Jo, die KI zieht sich einfach direkt zurück. Wir haben eine neue Gefächtstation entlang geschlossen. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. 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 Es wird angegriffen. Transionsbau wurde begonnen. Die Schlacht hat begonnen. So, Frachthalten zurück. Einiges aus. Und der Basis wird angegriffen. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Stationsbau wurde begonnen. Die Schlacht hat begonnen. Die Schlacht hat begonnen. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. So, wo ist das Konstruktionsschiff hier? Stationsbau wurde begonnen. So, und da haben wir unseren eigenen Warbird. Wobei Warbird-Klasse falsch ist. Was die Klingonen sowas überhaupt freiwillig übernehmen. Die Schlacht hat begonnen. 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 Daher ist das Säge. So, als nächstes die Reichswerft. Die Verstärkungen sind unterwegs. Station Bau wurde begonnen. Die Schacht hat begonnen. Dring. Dring consumed. Dring. Die Schacht hat begonnen. Redway, still miss 3 m. Nein, jetzt hat das Schiff zerstört. Aber da zwei, jetzt hat es möglich noch zumindest für die speziellen Enter-Schiffe so ein Befehl, dass sie nur die Schilde zerstören und dann Transporter einsetzen sollen. Das war auch absolut notwendig. Fehlt hier ein Frachter? Yo, hier fehlt ein Frachter. Schiffsbau hat begonnen. Seid ihr sicher, dass ihr unbedingt hiermit ohne Schilde parken wollt? Verstärkungen sind unterwiegend. Schiffsbau hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Knotte. Die Schlacht hat begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Verstärkungen sind unterwegs. So, dann bauen wir auch die Spezialwaffel. Sagen wir mal so, es ist stumpf, dass man einfach die größten Schiffe baut, acht Stück, und dann alles einfach wegfegt. Aber es ist auch irgendwie sehr befriedigend. Stationsbau wurde begonnen. Verstärkungen sind unterwegs. Unsere Warn sind für lange geöffnet. Wir haben ein neues Schiff für die Knotte. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Die Schlacht hat begonnen. Stationsfrau wurde begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Knotte. Nee, haben die gar... Auf jeden Fall Schilder haben sie gleich. Ich hätte mich nicht überrascht, wenn die Romulaner ein bisschen, äh... Brüchigere Schiffe hätten. So vom Wegen, man soll einigermaßen getarnt vorgehen. Wir haben eine neue Masse entwickelt. Wir haben eine neue Masse entwickelt. Unsere Masse wird angehebt. Neue Station ist fertig. Wir haben ein neues Schiff für die Knotte. Und wir haben eine neue Masse gemacht. Wir haben ein neues Schiff für die Knotte. Wir haben einen zwölferspit08-Knoten. Wir haben die Kilometer. Wir haben ein neues Schiff für die Knotte. Beste, die Stationsbau wurde begonnen. Die Stadt hat begonnen. Unsere Bahn ist ja angegangen. Wir haben ein neues Schiff für die Knoppe. Ähm, ich möchte einen von denen hier. Weil hier ist ein schwarzes Loch. Das möchte ich einsetzen. Neue Station ist fertig. Verstärkungen sind unterwegs. Stationsbau wurde begonnen. Die Stadt hat begonnen. Demontieren Sie dieses Schiff. Verstärkungen sind unterwegs. So, wenn wir Glück haben, haben die das jetzt auch noch in den Autopilot eingegeben und das Schiff setzt seinen Flug fort. Nein, tut's nicht. Demontieren Sie dieses Schiff. Verstärkungen sind unterwegs. Unsere Basis wird angegriffen. Die Schiff hat begonnen. Die Schiff hat begonnen. So, welcher von denen war das Repulsionsfeld, richtig? Ja. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Verstärkungen sind unser Weg. Okay. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Neue Station ist fertig. Schiff 4 hat begonnen. Die Schiff hat begonnen. Und gerade ist die Waffe geholfen. So, wir haben sieben Schiffe. Wir haben eine neue Waffe entwickelt. So, das ist mega satisfying. Das funktioniert mit jeder Schiffsgröße. Und der Basis wird angegriffen. Energiezerstrahl. Ich würde gerne wissen, ob ich damit auch... Also, ob ich dem Feinden nur die Energie abziehe oder ob das Schiff sie auch selber dann kriegt. Weil das wäre sehr stark. So, ein Aufklärer mit Tarnung. Das könnte sich durchaus lohnen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Die Schiff hat begonnen. Okay, hier werden die Fähigkeiten falsch benannt. Uh, ich sag ja, das funktioniert mit jeder Größe. Wenn der Befehl mal gegeben würde. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Ja, das haben sie jetzt gerade zerstört. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben mich genümmt. Wir sind jetzt auch schon. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben nicht genümmt. So, das war Dezent Overkill. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Stationsbau wurde begonnen. So. Unser Basis wird angegriffen. Schiffsbau hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Neue Station ist fertig. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Auf jeden Fall, es zieht nur ab. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. 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 Die Flotte hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schacht hat begonnen! So, jetzt sind natürlich die Nebel hier total praktisch. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wo führt das hin? Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schacht hat begonnen! Die Schacht hat begonnen! Die Schacht hat begonnen! Die Schacht hat begonnen! So, los geht's! Und dann haben wir auch schon die Klimbogen-Kampagne durch! Die Schacht hat begonnen! Die Schacht hat begonnen! Die Schacht hat begonnen! Die Schacht hat begonnen! zu finden, Kanzler. Es ist ihm wahrscheinlich gelungen, sich mit seinen romulanischen Verschwörern davonzuschleichen. Dann ist dieser Krieg nun vorbei? Im Gegenteil. Dieser Krieg hat erst begonnen. Persönliches Computerlogbuch, Admiral Zela. Es hat sich herausgestellt, dass unsere Allianz mit Thoral in diesem Klingonenkrieg mehr Ärger mit sich brachte, als sie eigentlich wert war. Während des letzten klingonischen Streifzuges wurde Dr. Oldan, einer unserer führenden Wissenschaftler, gefangen genommen. Oldan arbeitete an dem Projekt Phönix, einer neuen Waffe, die für unseren Krieg von größter Wichtigkeit war. Ich habe die Hilfe eines der besten Mitarbeiter der Tal Shiar angefordert, um ihn wiederzufinden. Agent Tossan. Dr. Oldan wird in diesem Sektor in einer klingonischen Gefängniskolonie gefangen gehalten. Wir müssen ihn retten, bevor er von der Kolonie verlegt wird. Schaffen Sie mich nur auf die Station. Um den Rest kümmere ich mich. So. Das ist die erste Mission. Also hier fangen wir direkt schon fast mit einem kompletten Tech-Tree an. Bau der Station im Gange. Bau der Station im Gange. Bau der Station abgeschlossen. Bau der Station im Gange. Bau der Station abgeschlossen. Fortfahren mit Schiffsbau. Wir brauchen ein paar Scouts. Bau der Station im Gange. 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 Raumschiffbau im Gange. över 안 ten going. Bei einem Think 연습压 wenn man die Angriffe aufbaraft. Bau der Station abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Fortfahren mit Schiffbau. Wir können dort nicht bauen. Raumschiffbau abgeschlossen. So, sind hier noch irgendwo mehr die Lithiummonde? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Fortfahren mit Schiffbau. Bau der Station abgeschlossen. Neue Forschung wurde begonnen. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Neue Forschung wurde begonnen. Bau der Station abgeschlossen. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Oh, wo ist... Ja. Ich bin drin. Ich werde Ihnen in zwei Minuten Bericht erstatten. Bereiten Sie sich auf alles vor. Bau der Station im Gange. Wir haben den Feind angegriffen. von der Station im Gange. Aber es ist eine clause verankt. Das ist eine Bede Wopstpakt. Wir haben den Feind angegriffen. Aber es wird es nicht runter. Wir haben die Zelle zu verankt. Wo ist das Bedeutungen. Wir haben die Zelle zu verankt. die Zelle zu ihm in die Zelle zu verankt. Wo ist der Fallen? Wir haben den Feind-Grehen. Die Zelle zu verankt. Das ist ein Lied, der steht für eine Zelle an. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe Dr. Older. Ich muss nur einen Weg finden, wie wir von diesem schwebenden Stück Schrott herunterkommen. Bau der Station abgeschlossen. Forkfahren mit Schiffsbau. Verstärkungen sind unterwegs. Raumschiffbau abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. Bau der Station im Gange. Wir haben den Feind angegriffen. Raumschiffbau abgeschlossen. Wo sind meine Schiffe? Hier. Ich habe ein Schiff aus der Sternenbasis entwendet. Das Paket ist sicher. Es wird nicht lange dauern, bis die merken, dass er fort ist. Ich werde sofort Unterstützung brauchen, um es zur Basis zurückzuschaffen. Hoch. Irgendwie verläuft die Mission aber gerade ganz anders, als sie soll. Station wird angegriffen. Also ich kenne es so, dass er erst mal die Watten deaktiviert. Schastest du den Nebel? Bau der Station abbekommen. Bau der Station abbekommen. Ich wusste nicht, dass es anscheinend zwei verschiedene Abläufpläne für diese Mission gibt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht, weil ich sonst immer entdeckt worden bin vorher. Dr. Oldan hat mich informiert, dass sie ihm während der Befragung wichtige Informationen entzogen haben. Wir müssen alle anwesenden Klingonen in diesem Sektor zerstören. Okay, er könnte aber auch daran liegen, dass, äh, ja, wenn ich, wenn man schnell genug ist, dass die dann den, das, äh, dann lasst du die dann halt, ähm, den Dude nicht verlegen. Und man ihn dann halt so retten kann. Und wenn man zu lange braucht, dann müssen erstmal die Waffen, werden erstmal die Waffen ausgeschaltet. Man muss dann das, äh, das Gefängnis erobern und dann muss man nochmal ein Extraschiff hapern. Wo man gerne mal die Mission verlieren kann, weil, äh, weil man dann einfach zu schnell ist und, äh, die eigenen Schiffe, das Schiff zerstören. Verstärkungen sind unterwegs. Verstärkungen sind unterwegs. Fortfahren mit Schiffbau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Wir benötigen Soldaten. Bau abgebrochen. Mehr Crew wird benötigt. Mehr Crew wird benötigt. Mehr Crew, das heißt, wir müssen erstmal noch ein Sterne ausbauen. Bau der Station im Gange. Das ist ja auch so ein Ding, wenn man sie über den Planeten baut, dann geben sie mehr Besatzung. Aber bei so einem Planeten, weiß ich nicht. Wir benötigen Soldaten. Mehr Crew wird benötigt. Wir benötigen Soldaten. Wir benötigen Soldaten. Fortfahren mit Schiffsbau. Wir benötigen Soldaten. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Ich habe den Kumpel, der will auf dem Planeten als erstes eine Heizung bauen. Okay. Bau der Station abgeschlossen. Fortfahren mit Schiffsbau. Raumschiffsbau abgeschlossen. Mehr Crew wird benötigt. Als ob das immer noch zu wenig ist. Fortfahren mit Schiffsbau. Aber ich glaube, es könnte sich einpendeln. Jo, reicht. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Hm. Raumschiffbau abgeschlossen. 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 Wir dulden in diesem Fall keine Diskussionen. Diese Befehle kommen direkt vom Praetor persönlich. Seien Sie aufmerksam, Admiral Zela. Alle wichtigen Dinge passieren im Devron-System? Huch, da hat der Spiegel crasht. Computer-Lockbuch Admiral Zela. Ich wurde von einem Agenten der Tal Shia, der Romulanischen Geheimpolizei, zu dieser entfernten Sternenbasis am Rand des kardassianischen Raums gerufen. Obwohl ich keine Ahnung habe, was diese heimliche Gruppe von mir will, erweist sich die Zusammenarbeit mit den Tal Shiar häufig als ebenso unangenehm wie gefährlich. Ich grüße Sie, Zela. Ich bin Jalpar, Agent der Tal Shiar. So, Jalpar. Und zu welchem eigennützigen Zweck haben mich die Tal Shiar hierher berufen? Die Gründe sind viel weniger unheimlich, als es ihre Stimme andeutet. Tatsächlich hat man sie für die Zukunft des Reiches gerufen. Ein getarntes Erkundungsschiff hat diese Aufnahmen vor ein paar Stunden gemacht. Kurz nachdem diese Ferengi-Marauder eintrafen, bieten die kardassianischen Schiffe mehrere Kilotonnen wertvolle Ressourcen auf ihr Schiff herüber. Danach trennten sich die beiden. Selbstverständlich erweckte ein Handel zwischen den Ferengi und den Kardassianern unser Interesse. Daher folgten wir den Maraudern. Sie führten uns hierher. Das Omega-Partikel? Ich dachte, das sei nur ein Mythos. Das glaubten wir ebenfalls. Bis diese Ferengi es tief im Weltraum entdeckten. Was wissen Sie darüber? Gerüchten zufolge handelt es sich um ein höchst instabiles Molekül, das unter bestimmten Voraussetzungen als beinahe unendliche Energiequelle benutzt werden kann. Ich habe auch gehört, dass die Destabilisierung von Omega in einer Detonation resultiert, die den Subraum zerstören würde, wodurch das Warpreisen lichtjahrelang unmöglich würde. Einer unserer Spione in der Föderation hat bestätigt, dass sowohl sie als auch die Borg sich der Existenz Omegas bewusst sind. Die Borg verehren dieses Partikel als nahezu perfektes Gebilde und werden vor nichts zurückschrecken, um es zu besitzen. Die Föderation hat den Befehl, es um jeden Preis zu zerstören. Die Ferengi erkennen anscheinend nicht den wahren Wert ihres Schatzes, sonst würden sie sich nie davon trennen. Wenn wir ihnen Omega entwenden können, bevor die Ferengi oder die Cardassianer seinen Wert erkennen... ...könnte das das Gleichgewicht der Macht zugunsten des Sternenimperiums kippen. Ich überwache die Konstruktion eines besonderen Eindämmungsschiffs, mit dem sie das Partikel transportieren können. Ich informiere sie, wenn die Konstruktion abgeschlossen ist. Wenn er eintrifft, müssen sie Omega sichern, bevor die Verhandlungen zwischen den Cardassianern und den Ferengi abgeschlossen sind. So, der Plot verdichtet sich. Wir brauchen möglichst schnell romulanische Spione. So. Raumschiffbau abgeschlossen. So, wir werden direkt mal zwei Frachter zur Seite stellen. Huch, nein. So. Raubschiffbau abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. Neue Forschung wurde begonnen. Raumschiffbau abgeschlossen. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. So, wir könnten noch irgendwo Delizium brauchen. Raumschiffbau abgeschlossen. Wir haben den Feind angegriffen. So, hier ist unser Objekt der Begierde. Station wird angegriffen. Bau der Station im Gange. Neue Forschung wurde begonnen. Ah, hier war noch, äh, ja, das verstehe. Wir haben den Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Station wird angegriffen. Bau der Station abgeschlossen. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Wir haben den Feind angegriffen. So, die sind beide voll. Das ist wichtig. bau der station im gange bau der station im gange bau der station bau der station im gange bau der station im gange bau der station abgeschlossen station wird angegriffen bau der station im gange bau der station im gange bau der station im gange und mach mal bitte ihre sensoren Station wird angegriffen Hallo Fortfahren mit Schissbau Wenn hier jetzt noch ein schwarzes Loch wäre, könnte man hiermit richtig rasieren Bau der Station abgeschlossen Verstärkungen sind unterwegs Station wird angegriffen Raumschiffbau abgeschlossen Huch, hier gibt es noch einen Mond Du kriegst einen Mond und du kriegst einen Mond Station wird angegriffen Station wird angegriffen Die Station wird angegriffen. Super, das hat auch die Distanz einfach rein gar nichts gebracht. Wir haben den Feind angegriffen. Die Station wird angegriffen. Die Station wird angegriffen. Die Station wird angegriffen. Die Station wird angegriffen. Väter. Oh, das ist... Ich glaube, was von daneben. Wir haben den Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Bau der Station abgeschlossen. Fortfahren mit Schiffbau. Station wird angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Bau der Station im Gange. Raubschiffbau abgeschlossen. Wir empfangen eine Nachricht. Hier ist Demen Pog, des Ferengi-Latinum-Konsortiums. Wir sehen keinen Grund, die Feindseligkeiten zwischen unseren Völkern fortzusetzen. Wir haben eine für uns alle viel gerechtere Lösung gefunden. Bringen Sie uns zwei Frachter voll verarbeiteten Deliciums zu diesen Koordinaten und wir ziehen uns aus diesem Konflikt zurück. Also unbegrenzte Energiequelle. Und Sie wollen dafür einfach zwei Frachter voll mit Delicium. Station wird angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Das ist ja wie die Trade-Deals in Civilization. Vom dass auch kein Waffenstillstand dann eintritt oder so. Station wird angegriffen. Raumschiffbau abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. Nein, hier durch. Also es mal hinzukriegen, dass die durch einen Nebel durchfliegen, wenn sie genau das tun sollen, ist schon weird. Wir empfangen eine Nachricht. Es war eine weise Entscheidung, Ihrerseits unser Angebot anzunehmen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft Geschäfte mit Ihnen zu machen. So. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Bau der Station im Gange. Wir haben den Feind angegriffen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Wir haben den Feind angegriffen. Station wird angegriffen. So, wenn man Lust hat, könnte man natürlich jetzt auch hier den Angriff übergehen. Vielleicht machen wir das auch noch. Je nachdem, wie lange das noch dauert, bis das andere Schiff kommt. Raumschiffbau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so dann machen wir die zwei einmal schildsack eine kardassianische eindämmungseinheit versucht das omega-partikel einzunehmen fangen sie sie um jeden preis ab unser eindämmungsschiff wurde zerstört kontakten sie jalpa und sagen sie ihn soll mit der konstruktion eines anderen schiffes beginn okay dann dauert es noch mal ein bisschen länger aber jetzt mit den werften sollte das jetzt ziemlich sicher werden raumschiff bau abgeschlossen raumschiff bau abgeschlossen raumschiff bau abgeschlossen raumschiff bau abgeschlossen verstärkungen sind unterwegs bau der station im gange so theoretisch könnten wir auch das hier alles zerstören bau der station abgeschlossen Raumschiff bau abgeschlossen Wir können doch nicht bauen. Raumschiffbau abgeschlossen. Bau der Station im Gange. Bau der Station im Gange. Raumschiffbau abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. So, wir warnen euch nur darauf, dass das neue Schiff kommt. Da, na endlich. Jetzt noch jetzt lift. Dann für mich. Jetzt noch ein Lass mit derart queain. Das Eindämmungsschiff ist eingetroffen. Benutzen Sie den Traktorstrahl am Schiff, um Omega zu sichern. Jetzt sind hier auf einmal wieder Schiffe, oder wie? Trotz Müll hatte ich hier welche von meinen Warbirds geparkt. Ich finde es auch auffällig, dass sowohl die kardassianische Variante dieses Schiffs als auch unsere einfach das gleiche Design hat. Ich meine, gut, theoretisch haben vielleicht die Romulaner die Pläne gestohlen, aber innerhalb von Stunden und dann noch das Schiff bauen von Null. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das eher ein modifiziertes Schiff ist, was es schon gab. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich schlage vor, ihr nehmt euch einfach jetzt einen Keks oder sowas Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Omega ist unser, nun wird uns nichts mehr im Weg stehen Admiral, ich empfange Transwarp-Signaturen auf den Langstreckenscannern Die Borg, sie kommen um das Omega-Partikel zu holen Nachricht an alle Schiffe, sie sollen sofort Kurs auf Romulus nehmen Computer-Logbuch, Admiral Zela Aufgrund des plötzlichen Erscheinens der Borg mussten wir unsere Basis früher evakuieren, als ich gehofft hatte Das Kollektiv verfolgt uns unerbittlich, es gelangen immer mehr Transwarp-Signaturen in Reichweite unserer Sensoren Bisher ist es uns gelungen, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein Doch dafür mussten wir unseren Kurs ändern und anstatt nach Romulus in den Klingonischen Raum fliegen Admiral, das Eindämmungsschiff hat keine Tarnvorrichtung, wir schaffen es nie durch diesen Sektor Aber es gibt hier zu viele Klingonische Patrouillen Vielleicht sollten wir eine andere Strecke empfangen Transwarp-Signaturen Sie sind direkt hinter uns Sieht aus, als hätten wir keine Wahl, Centurion An alle Schiffe, gehen Sie zum Treffpunkt Lassen Sie sich durch nichts aufhalten Schützen Sie Omega unter Einsatz Ihres Lebens Überlassen Sie uns das Omega-Partikel und bereiten Sie sich darauf, wo er assimiliert zu werden Ihre Fäden und die 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 Fäden Es sind uns mehrere Klingonische Kriegsschiffe im Weg Wir könnten sie vielleicht weglocken, indem wir die nahegelegene Mineneinrichtung zerstören Wie genau bereitet man sich darauf vor, assimiliert zu werden? Das frage ich mich auch Wir haben den Fäden angegriffen Es hat funktioniert! Die Klingonische Patrouille kommt, um nachzuschauen, was geschehen ist Es hat funktioniert! Die Klingonische Patrouille kommt, um nachzuschauen, was geschehen ist Die Klingonische Patrouille kommt, um nachzuschauen, was sich herausdeckiert Und jetzt kommt, um auf den Wäden oder Fäden, um nachzuschauen, was geht hier Wir hoffen, dass wir die Klingon schlagen wollen Und diese Klingon schlagenern, was beherren wir nicht ahead und vertraut uns in den Wäden Wir sind um einigen, für das bäden Wir kommen und wir gucken uns auf die Klingon chälen Wir kommen, um nachzuschauen Wir haben den Feind angeknüpft. Vor uns befinden sich mehrere Schiffswerften der Klingonen. Wir müssen sie zerstören, bevor sie Verstärkung produzieren. Herr Klinger, Sie sind in der Flusskanzler, die sich aus dem Gelegenheit der Klingel verbreitet. Sie werden sie in der Flusskanzler, die sich aus dem Gelegenheit der Klingel verbreitet. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So Ich glaube hier war noch irgendwas mit Wurmlöchern Die irgendjemand zufällige Orte geführt haben Admiral, die Sensoren melden ein schwarzes Loch und zahlreiche klingonische Kriegsschiffe direkt vor uns Sie sind sich unserer Anwesenheit zweifellos bewusst Das könnte eine Falle sein Die Frage ist Haben sie Können sie durch meine Tarnung sehen Wenn wir nicht, können wir meine Kampfstoffe getarnt vorbeifliegen Und dann sie Alpha striken Ja, der will nämlich hier Das, was ich in der einen Mission gemacht habe Das wollen die auch machen Überlassen sie uns das Trauriger Partikel Und bereisen sie sich darauf vor Aspensiert zu werden Ihre Technik und Biosos Für unsere Alten Und zwar ein Problem mit mir Okay, das hat sie jetzt aber aus der Reserve rausgelockt Aber ich habe im Kopf, dass die Borg hier viel, viel nerviger wären Admirale, in diesem Gebiet befinden sich zahlreiche Wurmlöcher Sie schwanken in ihrer Nähe zu diesen radioaktiven Asteroiden Soll ich unseren Kurs um sie herum abstecken? Nein Wenn wir das Muster ihrer Schwankungen feststellen können Können wir die Wurmlöcher benutzen, um der Patrouille auszuweichen Wir haben den Feind angegriffen Weit Drei 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verstärkungen sind unterwegs Wir haben den Feind angegriffen Okay, das Fickt gerade das Pathfinding von denen komplett Fett Nein, 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 wo willst du denn hin? Warte, das Schiff kann, äh, die Schiffe können durch, äh, ja durch, äh, Dinger durchfliegen Okay, der Nebel beeinflusst dich trotzdem, aber sie kommen zumindest hier durch Bleibt es bei den Streams jetzt in der Woche eigentlich über 12? Äh, ja, plus minus Alter, wie nervig Leute Yikes Okay, das ist Okay, so Wir haben den Primes angegriffen. Wir haben den Primes angegriffen. Hervorragende Arbeit, Sela. Meine Eskorte und ich werden hierbleiben, um alle Borg abzufangen, die Sie verfolgen. Bringen Sie Omega zu unserer geheimen Basis jenseits des Wurmlochs. Sehr wohl. Überlassen Sie uns das Omega-Partikel und bereiten Sie sich darauf vor, assimiliert zu werden. Ihre technische und biologische Besonderheit wird unserer hinzugefügt werden. Heute nicht. Das Omega-Partikel wurde sicher in unserer Romulanischen Basis hinter dem Wurmloch versteckt. Während die Föderation nach Friedensverhandlungen zwischen Romulanern und Klingonen verlangt, halte ich es für notwendig, ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Admiral, wir sind an den angegebenen Koordinaten eingetroffen. Admiral, ich empfange Transwarp-Signaturen. Ein Borg-Schiff direkt vor uns. Ist schon okay, Centurion. Rufen Sie das Borg-Kubus. Admiral. Sie haben gehört, was ich gesagt habe, Centurion. Rufen Sie die Borg. Wir wissen, dass das Kollektiv das Omega-Partikel zu haben wünscht. Wir sind bereit, darüber zu verhandeln. Die Verhandlung ist irrelevant. Sie werden uns das Omega-Partikel übergeben. Wenn Sie uns assimilieren, bekommen Sie Omega nie. Ich habe meinen Offizieren befohlen, es zu zerstören, falls ich nicht binnen dieser Stunde Bericht erstatten sollte. Das dient keinem Zweck. Zerstören Sie Omega und Sie zerstören sich selbst. Zweifeln Sie lieber nicht daran, dass wir uns selbst zerstören würden, als Omega einfach den Borg zu überlassen. Wie lauten Ihre Bedingungen? In diesem Sektor hält sich eine große Flotte der Klingonen auf. Es sind die Überreste des Hauses von Duras. Ich will, dass Sie mir helfen, sie zu zerstören. Wenn dies geschehen ist, gehört Omega Ihnen. Ihre Bedingungen sind akzeptabel. Das ist so typisch homolanisch. Bau der Station im Gange. Bau der Station im Gange. Ich weiß, dass man hier auch mit getarnten Schiffen angegriffen wird. Ich weiß, was ich nicht. Ich weiß, dass man hier auch mit der Bedingungen ist. Ist das so? Ist das so? Ich weiß, was ich nicht. Das ist es. Wir haben den Feind angegriffen. Bau der Station abgeflossen. Fortfahren mit Schiffbau. Station wird abgegriffen. Raumschiffbau hat geschossen. Ich glaube hier war irgendwo noch ein Mond. Raumschiffbau abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. Bau der Station im Gange. Raumschiffbau abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. Ich bin mir sicher, dass hier noch ein Mond war. Ja theoretisch können wir bei den Borg uns bedienen. Raumschiffbau abgeschlossen. Wir können das nicht machen. Ja theoretisch können wir glaube ich sogar hingehen und die Borg einfach schon vorher zerstören. Das juckt die einfach genau nicht. Das ist auch nicht. Das kann wir machen. Aber wir spielen mal so wie wir spielen sollen. Neue Forschung wurde begonnen. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Da oben. Hm. Verstärkungen sind unterwegs. Wir können dort nicht bauen. Bau der Station im Gange. Fortfahren mit Schiffsbau. Neue Forschung wurde begonnen. So, wo ist der romulanische Spion. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Hallo? Wir empfangen eine Nachricht. Sela, ich hätte trotz allem nie geglaubt, dass ein Romulaner so tief sinken könnte, sich mit den Borg zu verbünden. Das sollen sie büßen. Bro, da kennst du aber Janeway nicht. Das sind nicht nur... Das sind nicht nur die Romulaner, die sich mit dem Borg verbünden. Ja, ich finde vor allem nicht, das ist typisch Romulanisch. Du hast da erst eine, wofür die Borg alles bereit sind zu tun und du nutzt das einfach brutal aus. Mach einfach die Borg zu deiner Bitch. Bau der Station im Gange. Huch, das Schiff hat überlebt. Das snacken wir uns mal. Verstärkungen sind unterwegs. Verstärkungen sind unterwegs. Das Schiff hat über 90 Borg. Ja, ich will nicht in Gange. Das Schiff hat über 20 Borg. Naance verstärkungen sind unterwegs. Bau der Station in den Gange. Bau der Station abgeschlossen. Verstärkungen sind unterwegs. Bau der Station in den Gange. Vorfahren mit Schiff, Bau. Wir brauchen viel mehr Crew. Bau der Station abgeschlossen. Wir haben den Zeit angegriffen. Bau der Station abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Oh, jetzt haben sie sich auch noch gründen. Oh, sie haben sich aber nicht richtig gekrallt. Das holen wir uns aber. Eine kostenlose Negra, da sage ich nicht Nein zu. Raumschiffbau abgeschlossen. Station wird angegriffen. Hochdetail-CHI-A-Einrichtung ist so billig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Waffenlager von den Klingonen teurer war. Fortfahren mit Schiffbau. Bau der Station im Gange. 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 Wir haben den Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Bau der Station abgeschossen. Raumschiffbau abgeschossen. No, lass mal bitte mein Schiff hier leben. Verstärkung. Verstärkungen sind unterwegs. Verstärkungen sind unterwegs. Verstärkungen sind unterwegs. Station wird angegriffen. Bau der Station abgeschlossen. Oh. Oh. Das hat dem Bau jetzt einfach das Schiff geschenkt. Stimmt, wenn man Schiffe, die schon technisch gesehen Verbündeten hören, äh, da Crew drauf schickt, dann... Gehört die Crew ja auch dem verbündeten Spieler. Und in dem Fall wären das halt... Wären dann halt meine Romulaner mal eben zu Borg-Drohnen geworden. Fortfahren mit Schiffsbau. Bau der Station abgeschlossen. Wir benötigen Soldaten. Bau der Station im Gange. Bau der Station im Gange. Die Kartenmitte ist so leer. Raumschiffbau abgeschlossen. Wir benötigen Soldaten. Oh, das... Das sieht mega aus. So ein roter Kubus. Wir haben den Scheiß angegriffen. Station wird angegriffen. Wir empfangen eine Nachricht. Wir nähern uns der Erfüllung der Direktive. Bereiten Sie sich auf die Übergabe des Omega-Bartikels vor. Wir übergeben Omega, wenn die Klingonische Bedrohung eliminiert wurde. Und nicht eine Sekunde eher. Na super, jetzt haben sie mal eine. Na top. Ü, S oder Y. Was ist ein Y mit Ü-Pünktchen drüber? Raumschiffbau abgeschlossen. Ich bin einfach mittlerweile bei meinem Termin des Streams einfach immer noch... Ja, ich glaube, ich mache es sogar doch in einer Sitzung. Weil es tatsächlich schneller ging, als ich dachte. Trotz aller technischer Verzögerungen. Bau der Station abgeschossen. Wir haben den Pfeil angegriffen. Ja, so ein Jack-Ange-Schiff hätte ich gerne schon für mich selber. Anomalie im Suchraum entdeckt. Ja, eins hat es geschafft, seine Sachen abzufeuern. Aber soll mir recht sein. Ja. 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 Ich freue mich auf die erste Sitzung. Raumschiff-Bau abgeschlossen. Raumschiff-Bau abgeschlossen. KilGe sci-fibles Meu Jorge Raumschiff-Bau So, das Ding behalten wir mal. Wir benötigen Soldaten, wir benötigen Soldaten. Neue Forschung wurde begonnen. Fortfahren mit Schiffsbau. Bau der Station abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. So, das hätten wir. Raumschiffbau abgeschlossen. Wir haben den Feind angegriffen. Unsere Forschung wurde abgeschafft. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Aufentost ist sehr einfach, geht schnell und ist gut zur Resteverwertung. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Oh, wie war das eigentlich? Kann man die Werte vom Verbündeten zur Reparatur nutzen? Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Wir haben den Feind angegriffen. Raumschiffbau abgeschlossen. Das klingt an Ofentoast bitte anstrengend. Raumschiffbau abgeschlossen. Also das ist mehr Aufwand als Mikrowelle ist so anstrengend für mich. Naja, es ist nicht wirklich mehr Aufwand als Mikrowelle. Du könntest das wahrscheinlich sogar in der Mikrowelle machen. Aber dann sind wahrscheinlich die Zeiten andere. Und du kannst natürlich nicht dann mehrere gleichzeitig reinschieben. Bau der Station abgeschlossen. Also hin auf das Toast drauf. Und dann halt Käse und das schön schmelzen lassen. Station wird angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Raumschiffbau abgeschlossen. Hier sind aber nicht so ganz vegan, das nicht gesagt, dass das vegan sein soll. Mit veganen Rezepten kenne ich mich nicht aus. Alarmstufe wird gewechselt. Wir haben den Feind angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Traumspalte entdeckt. Aber ist das von der Reichweite her in Ordnung? Ja, das war ja eher schwach jetzt. Wir haben den Feind angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Wir haben das restliche Delizium aus diesem Sektor. Wir haben den Feind angegriffen. 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 Alle biologischen Einheiten wurden eliminiert. Übergeben Sie das Omega-Partikel und bereiten Sie sich auf Ihrer Assimilation vor. Glücklicherweise sind wir keine so großen Narren, als dass wir unser Schicksal besiegeln würden, indem wir dem Kollektiv das Omega-Partikel übergeben. Doch Sie haben den Klingonischen Abschaum gut bekämpft. Sehen Sie dies als Anerkennung des Romulanischen Sternenimperiums. Die Klingonischen Abschaum sind die Klingonischen Abschaum gut bekämpft. An alle Schiffe! Angriff! Wir haben den Feind angegriffen. Raumschiff-Bau abgeschlossen. Anomalie im Suchnormen weg. Hup, das hat nicht funktioniert, aber egal. Wir haben den Feind angegriffen. Zimmer, dieument disc違う. Um das zu Ende zu erhalten, was keineifiesält wird. Klingonischen Abschaum ist. ств Wir haben den Schein angegriffen. 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 Was kostet sich der Assimilationsstrahl? 500, viel zu teuer für den Moment. Stationsbau beginnen, nicht genügend Ressourcen. Stationsbau begonnen, nicht genügend Ressourcen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar für Speedrun-Strats wichtiger wäre, dass man die ersten Schiffe direkt erstmal demontiert. Schiffsbau beginnen. Und dann Kuben rushen. Stationsbau abgeschlossen. Besetze Positionen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht genügend Ressourcen. Schiffsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Besetze Positionen. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Ich hoffe, damit ist nicht mehr Creative-Kollektiv geworden. Das Creative-Kollektiv wird wohl auch wahrscheinlich eine Weile lang ruhen müssen. Besetzer-Position. Forschung begonnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Ich-Spawn-Chanks, die ganze Welt ruht ja. Stationsbau begonnen. Habe ich mal das Gefühl, selbst mit zwei Sternenbasen ist das ziemlich wenig. Haben die Borg ne geringere Besatzungsrate? Zusätzlicher Technologien erlauben. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau abgefunden. Stationsbau begonnen. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Besetzer-Position. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Unsinnere Befreiung belegen. Stationsbau begonnen. Schiffsbau beginnen. So, Haltestrahlung. Stationsbau begonnen. Stationsbau abgeschossen. Schiffsbau abgeschossen. Stationsbau abgeschossen. Nicht genügend Drohnen. Nicht genügend Drohnen. So, wir können theoretisch noch das, äh, soll man das Transporttor bauen? Ich benutze das so selten. Schiffsbau abgeschossen. So, wir gehen mal ein bisschen auf Assimilationstour. Stationsbau begonnen. Nicht assimilierte Spezies. Nicht assimilierte Spezies. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Gott. Titsvall beginne. Titsvall beginne. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies, Univ. Das Kollektiv wird angegriffen. Assimilationsturen fühlen sich irgendwie auch nicht so lohnenswert an. Zusätzliche Technologien erworben. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Nicht genügend Drohnen. Schiffsbau beginnen. Nicht assimilierte Spezies, Univ. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. ja überlebt ist das schiff ja 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 Nicht assimilierte Spezies angerufen. Nicht assimilierte Spezies angerufen. Nicht assimilierte Spezies angerufen. Nicht assimilierte Spezies angerufen. Stationsbau begonnen. Und dann zwei Minecraft Blöcke als Raumschiffe. So, ja, der illegale Minecraft Block. Kommandblock, ja, in gewisser Weise. So, ja, in gewisser Weise. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Stationsbau abgeschlossen. Mal sehen, produzieren wir jetzt genug? Drohnen. Drohnen. Forschung begonnen. Zusätzliche Technologien erlauben. Stationsbau begonnen. Stationsbau begonnen. Stationsbau begonnen. Bundeskanzierung. Schiffsbau abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Let's all begin. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Na komm, wir sind endlich fertig. Stationsbau abgeschlossen. Transportkanal entdeckt. Nicht assimilierte Spezies angeklickt. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau primer clues. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Nein, jetzt zerstört das bitte nicht. Jetzt haben wir das doch getan. Stationsbau begonnen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Drohnen. Stationsbau beginnend. Bitte bau das fertig. Stationsbau abgeschlossen. Wir haben das ganze Geliebium aus diesem Sektor. So, dann kommt man hier rüber. Stationsbau beginnend. Untertitelung des ZDF, 2020 Stationsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Drohnen. Nicht assimilierte Spezies angeblühten. Stationsbau begonnen. So, ihr bleibt hier. Ihr geht wieder hier rüber. Schiffsbau beginnen. Stationsbau begonnen. Das ist gerade euer Ernst. Nicht assimilierte Spezies angeblühten. Stationsbau beginnend. Stationsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird prügegriffen. Stationsbau begonnen. Besetze Position. Besetze Position. Besetze Position. So, wir haben jetzt vier Sternenbasen und es reicht trotzdem nicht. Wir müssen jetzt sechs Kuben hier haben, ne? Schiffsbau beginnend. Schiffsbau beginnen. Wir haben das ganze Milizium aus diesem Sektor. Und wir müssen sich, wenn wir landen María feiern drin sind. Los Sektors. Ch voud Sektors. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Führe Nano-Sonden ein. Stationsbau abgerufen. Wir sind im Kollektiv. Prozess abgeschlossen. Ihre Bezeichnung ist Locutus von Borg. Ihr Primärziel ist die Eliminierung aller nicht assimilierten Spezies in diesem Sektor. Auftrag wird ausgeführt. Stationsbau abgerufen. So, jetzt dürfte aber eigentlich nichts mehr, Heroes, rumfliegen. Die Borg-Liken zum Anbrüllen. Ja, in der Tat. Stationsbau beginnen. Stationsbau. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angewiesen. Stationsbau abgeschlossen. Besetze Positionen. Aber so viel kann hier nicht mehr sein. Ich hatte vorher alles zerstört. Das können ja eigentlich nur Schiffe sein, die hier gespawnt sind zwischendurch. Beziehungsweise als vorhin, wie die das Ganze alles meliert haben. Und die jetzt halt ihre Befehle abgebrochen haben. Oh! Schiff ist all angeschlossen. Ich frage mich sowieso, ob die Gemma da brauchbare Drohnen abgeben. Das ist der Standort, den wir aus dem assimilierten Romulaner Jalpa extrahierten. Die Romulanische Basis, in der das Omega-Partikel untergebracht wurde, befindet sich jenseits dieses Wormlocks. Wenn das Kollektiv eintrifft, drängen wir in das Wormlock ein, zerstören alle anwesenden Romulaner und assimilieren die Sternenbasis. Dann wird Omega uns gehören. Borg-Ship 63169 ist den Romulanern begegnet. Auf den Schirm. Wir sind die Borg. Übergeben Sie Partikel 010 und bereiten Sie sich darauf vor, assimiliert zu werden. Die Romulaner sind sich unserer Anwesenheit in diesem Sektor bewusst. Unsere Angriffsressourcen sind zu gering, um sie zu assimilieren. Wir können nicht auf die Ankunft des Kollektivs warten. Assimilieren Sie alle Schiffe in diesem Sektor, um genug Kraft zu sammeln, den Angriff zu beginnen. So, die bauen auf jeden Fall eine Sternenbasis hier, wegen dem Planeten. Weil die alle so schwiegen sind. Ja, es ist halt das Ding. So, ich habe kein Seifeld daran, dass die Borg das mit irgendwelchen Planetaten ausgleichen könnten. Die Frage ist, macht das Sinn, das zu tun? Oder würden sie eher sagen, okay, lohnt sich nicht? Na, sie nehmen ja auch die Kazon nicht. Vor allem, weil das Dominion einfach Schiffswerften im Alpha-Quadranten noch hat. Ist klar. Besetze Position. Stationsbau abgeschlossen. Mit dem Planeten abba- Ja, genau, dass du Metall fördern musst. Das ist im Zweiten. Das ist im Zweiten. Das ist im Zweiten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dafür wollen wir eigentlich ja die Borg-Schiffe haben. Das heißt, eigentlich ist es am besten, wenn wir die Schiffe, die wir assimilieren, alle demontieren und dann eigene bauen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Kannst du überhaupt eine Werft bauen? Klar. Ich kann ganz normal spielen, theoretisch. Du fängst halt am Anfang an einem Ort an, wo du nicht wirklich Ressourcen hast. zero 5 Leaf aus dem fewok支, die wir auch an einem Raum huntersen was mit unserer leaveist, äh, die wir wir brauchen den verarbeitungsknoten um nicht assimilierte spezies angegriffen das kollektiv wird angegriffen wir brauchen den verarbeitungsknoten vorher um neue bergbauschiffe bauen zu können das heißt wir müssen das hier erobern dann demontieren wir es und dann bauen wir selber einen verarbeitungsknoten station wird demontiert wo ich mir gerade nicht sicher bin ist wenn ich das waffencenter ich das demontiere demontiert er dann auch die spezialwaffen mit und ich krieg die rohstoffe wieder oder zerstört er sie dann einfach nur also klingt so ein klick wunscher board of prey zum scouten wäre ganz nice ziel erfasst spezies verein ging marauder auf bergungsfahrt vorbereiten auf assimilierung stations abgeschlossen warte ich will das jetzt wissen ich müsste ja theoretisch kommandoteam einzige was ich nicht habe ist der polaron torpedo das heißt das sind 100 280 schlacht im gange für 680 1400 und dann halt noch das hier sie müssten so um die 2000 die die sie um sein die ich jetzt kriege also müssen wir das schön alles einzeln demontieren weil es jetzt finde ich keinen riesen deal breaker aber interessant zu wissen station wird demontiert station wird demontiert station wird demontiert schlacht im gange für ration und breed streitkräfte fortfahren mit assimilation schlacht im polar und haben wir sogar auch station wird demontiert oder das tanne exklusiv inklusive das stimmt aber wir haben ja jetzt schon im world of prey hier haben die green schiffe haben den schild des ruptor nicht das dominion schiff schon das finde ich ein bisschen ja so wie an ist und die 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 produktion läuft noch nicht beginnen So, ein schönes Sovereign, die holen wir uns. So und einfach hier auch noch ein Nexus, weil es ist unsere einzige Elite-Team-Quality, die wollen wir nicht verlieren und wir brauchen eh mehr Drohnen. Du gehst scouten. Brauche ich Spalter-Sensoren? Die brauche ich nicht. Und da haben sie es zerstört. Wie schade. Ja stimmt, die KI ist hier smart genug, um die Selbstzerstörung zu aktivieren bei ihren Flaggschiffen. Stationsbau abgeschlossen. Besetze Positionen. Aber hier waren sie nicht smart genug dafür. Die Sovereign ist ein tolles Design, definitiv. Das ist auch nicht ohne Grund mit meiner Lieblings-Enterprise. Wobei Strange New Worlds und Discoveries geschafft haben, dass ich mich in die Original-Enterprise neu verliebt habe. Das ist ein tolles Design. Das ist ein tolles Design. So, den Marauder können wir demontieren. Dich können wir demontieren. Die Refit ist, finde ich, besser gealtert als das Original, weil das Original wirklich aussieht wie ein Stück Plastik. Einfach von der Textur her. Ich finde, die Enterprise V hat ein bisschen wenig Spotlight bekommen. Die Enterprise C mag ich auch sehr, sehr gerne. Diese schöne Bindegee zwischen der B und der D. Und der hätte ich gerne mehr gesehen. Also, ich wäre definitiv zu haben für so eine Mini-Serie über die Schlacht von Narendra 3. Wo? Was haben wir denn hier? Ja, auch was die B angeht. Hot Take. Ich finde, Discovery hätten sie in die Zeit zwischen Next Generation und halt das unentdeckte Land packen müssen. Weil da hättest du eine Enterprise gehabt, die da rumfliegt, mit der man gelegentlich mal was machen kann. So, über die Zeit wissen wir generell nicht viel. Wir hättest den Klingonenkrieg haben können. Weil du halt wirklich es halt dann als Kult hättest du darstellen können, der den Kitomir-Vertrag nicht anerkennt. So. So. Alles war da. Es gab keinen wirklich guten Grund, es so nah in die Original Series-Era zu setzen. Janix-Klasse. Janix-Klasse. Das Ding ist Janix-Klasse. Ich verstehe nicht warum. Das Ding müsste eigentlich Enterprise-Klasse heißen, weil normalerweise eine Klasse nach ihrem Prototypen benannt wird. Und ich finde, das Schiff hätten sie anders nennen müssen. Weißt du, da kannst du nicht jahrelang eine riesen Sache draus machen, dass die Constitution-Klasse die erste Enterprise der Sternenworte war und auf einmal gab's noch eine. Eine Form, die auch noch so wichtig ist, dass man jetzt nicht unbedingt glauben kann, dass die vergessen wurde. Na, die Romulana sind ziemlich, äh, die Romulana sind ziemlich, äh, gut dabei mit, wow. Ah, das ist diese Verwirrungsgeschichte, ne, dass die sich, äh, dass meine Schiffe sich irgendwie für feindliche Schiffe halten oder so, was ergibt irgendwie auch nicht so wirklich Sinn. Besetze Positionen. Stationsbau begonnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. So, ich hätte langsam gerne mal noch ein paar Kuben. Stationsbau abgeschossen. Stationsbau beginnend. Stationsbau beginnend. Stationsbau beginnend. Stationsaube beginnend. Regisseuertschild schärbe. St K RPM. T Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stationsbau begonnen Nicht assimilierte Spezies angegriffen Abhoch, Selbstzerstörungsequenz Abhoch, Selbstzerstörungsequenz Das Kollektiv wird angegriffen Ah, jetzt hängt das Schiff fest Komm hinterher Schnapp dir den Warbird Nicht assimilierte Spezies angegriffen Stationsbau abgeschlossen Abhoch, Selbstzerstörungsequenz Zusätzliche Technologien erworben So, und jetzt haben wir auch den Haltestrahl für die Kuben Nicht genügend Ressourcen Ach, der braucht daraus ein 200 Oh, ich hatte im Kopf, dass der irgendwie nur 800 braucht Besetze Positionen Schiffsbau beginnen Schiff wird zur Demontage bestimmt Schiff wird zur Angelegung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schiffsbau abgeschlossen Nicht assimilierte Spezies angegriffen Das Kollektiv wird angegriffen So, okay, diesmal haben sie sogar gar keine Schiff wird zur Demontage bestimmt Gar keine Selbstzerstörung angemacht Schiffsbau abgeschlossen Nicht genügend Ressourcen Schiffsbau beginnen Oh, der Scout zerstört Ja, vor einer Weile schon Die Föderation hat Tachyon-Gitter Schiff wird zur Demontage bestimmt Stationsbau begonnen Schiffsbau abgeschlossen Nicht assimilierte Spezies angegriffen Stationsbau abgeschlossen Äh, wo willst du denn hin? Besetze Position So, jetzt wissen wir alles, was die Sternenflotte weiß Schiffsbau abgeschlossen Schiffsbau abgeschlossen Station wird demontiert Station wird demontiert Station wird demontiert Station wird demontiert So, Locutus muss nicht mit Station wird der Spezies angegriffen Das Kollektiv wird angegriffen Ich glaube, in diesen Kugeln können wir eigentlich schon Angreifen Angreifen Schiffsbau abgeschlossen Schiffsbau abgeschlossen Nicht genügend Drohnen So, welche von den Schiffen brauchen jetzt eine Reparatur Der hier Der hier Der auch Der auch Der Rest ist frisch vom Fließband Das Kollektiv wird angegriffen Nicht assimilierte Spezies angegriffen Besetze Position Das Kollektiv wird angegriffen Weil die Kuben sind einfach viel zu winzig Nicht assimilierte Spezies angegriffen Wir brauchen auch unseren Ich will auch unser Konstruktionsschiff haben Ich will eine Sternenbasis auf der anderen Seite vom Wurmloch Dass die Romulana mal eingeschlossen werden Das Kollektiv wird angegriffen Aber ich habe das Gefühl Die Romulana Sind gescriptet, dass sie auf Locutus gehen Weil sie fliegen immer hier in die Ecke Nicht assimilierte Spezies angegriffen Schiffsbau abgeschlossen Ähm, wo ist Hier Ich dachte schon Stationsbau begonnen Föderationsschiffe auf Nebelinspektion Vorbereiten auf Assimilation Das Kollektiv wird angegriffen So, wo war jetzt das Wurmloch Das war irgendwo hier unten Stationsbau abgeschlossen Hier Ja Danke Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Ja, okay. Hier passt kein... Doch, hier passt ein Nexus hin. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Aber ich habe das Gefühl, die Romulaner könnten einen Ressourcen-Cheat haben in dieser Map. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Ja, einen hat's erwischt. Wir haben das ganze Delizium aus diesem Sektor. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. So, jetzt wissen wir nämlich auch, wo all ihr Zeug ist. Das Kollektiv wird angegriffen. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. So, wir nutzen einmal die Werft. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Wow, die Waffe, die die Crew tötet, funktioniert sogar bei dem Borg. Borg. Du kannst einfach Borg Drohnen in den Wahnsinn treiben. Schiffsbau abgeschlossen. Wie sieht denn das bitte dann aus? Besitze Positionen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Trennen vom Kollektiv. Ja gut, dass das so eine Schockwirkung hat, würde in den etablierten Kanon sogar passen. Boah, ich habe tatsächlich von dieser Mission so ein kleines Kindheitstrauma. Weil ich weiß noch, dass ich einmal diese Station übernommen habe und dann haben die Romulaner sie zerstört. Besitze Position. Ähm, kann es denn so spielen, dass ich das nicht gut finde, dass ich das jetzt vorher gemacht habe? Ich glaube, das Spiel fand das nicht gut. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht genügend Ressourcen. Ich hoffe nur, dass dann gar nicht der Trigger noch richtig funktioniert. Ich hoffe nur, dass dann gleich der Trigger noch richtig funktioniert. Ich hoffe nur, dass dann gleich der Trigger noch richtig funktioniert. Ziele erfasst. Föderationsschiffe auf Inspektion eines Schwarzen Loches. Fortfahren mit Assimilation. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Wow, also die Triebwerke sind aber gerade im richtigen Moment wieder reaktiviert worden. Aber so viel kann ja auch eigentlich nicht mehr sein. Föderationsschiffe auf Nebelinspektion. Vorbereiten auf Assimilation. Nebel? Sieht ja nach Gasriese aus. Und den Scout hier, das kann ja wohl jetzt nicht sein, dass wir den unbedingt brauchen. Schiffsbau beginnen. Leute, so viel gibt es hier nicht mehr, was wir noch finden können. Hier oben könnte noch was sein. Besetze Positionen. Besetze Positionen. Ich glaube, wir könnten das Skript von dieser Map gerade ein bisschen überfordert haben. Das wäre extrem schlecht. Das wäre extrem schlecht. Ich bin eben gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Besetze Positionen. Ich glaube, ich habe das Skript kaputt gemacht. Ich meine, normalerweise zeigt es dir aber auch mit sehr großzügigem Radius. Dieses Schiff, das jetzt hier gerade irgendwie blockt, aber es kann eigentlich nicht sein. Hier ist nichts mehr. Ungültiger Standort. Ja, das bringt nicht so viel Gruppen auf Suchen zu setzen, weil die dann den gleichen Weg abfliegen. Aber wir hatten jetzt überall mindestens mal Vision. Hier dürfte eigentlich nichts übrig sein. Stationsbau begonnen. Stationsbau vielleicht wegen dieser Nebelgeschichte. Nee, hier ist gar nichts. Da müssen wir einmal reloaden. Primärziel erreicht. Omega-Partikel gesichert. Bereite Partikel 010 für Transport vor. Vorbereitung beginnt. Zugriff auf Romulanische Datenbank. Wichtige Informationen erhalten. Die Föderation schickt einen Botschafter, um über ein Bündnis zwischen den Klingonen und Romulanern zu behandeln. Ein solches Bündnis würde unsere Pläne für die Assimilation des Alpha-Quadranten gefährden. Schicken Sie ein Schiff, um den Botschafter der Föderation abzufangen. An alle anderen Einheiten. Starten Sie neues Bewehrziel. Bringen Sie Omega zu Unimatrix 001. Mit Stationsbau wird die nächste Zeit von Rembrandt eingebeter. Primärziel. Bringen Sie Omega zu Unimatrix 001. Für diese Operation ist die Konstruktion eines Transporttors erforderlich. Vorherige Scans haben ergeben, dass dieser Ort für die Konstruktion des Tors ideal ist. Die örtliche Spezies 9341 ist in diesem Sektor identifiziert worden. Die Spezies 9341 eignet sich nicht zur Assimilation. Sie sollte eliminiert werden, bevor die Konstruktion eines Transporttors beginnt. So, hier ist der Clou, dass die Gegner unsere Crew töten, aber nicht die Schiffe beschädigen können. So, hier ist der Clou. Stationsbau abgeschlossen. So, wir brauchen noch zwei Extraktoren. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Schiffsbau abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. So, da ist eine Mutter. Da auch. Stationsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau geht gerne. Indem Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. So, wir brauchen das Modifikationszentrum und dann rushen wir mal ein paar Sphären, dass wir die Muttertiere töten können. Stationsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau begonnen. Besetze Position. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau begonnen. Die ganze Sache hier kostet uns gerade ziemlich viel Crew. Stationsbau. Schussbau abgeschossen. Nicht genügend Ressourcen. Das Kollektiv wird angegriffen. Schiffsbau beginnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Schiffsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Standardwaffen sind ineffektiv. Wir müssen uns anpassen. Okay. Mutterwesen halten ganz schön was aus. Stationsbau begonnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Ich meine sie können glaube ich keins meiner Schiffe dauerhaft zerstören. Nur bei Locutus wäre es kritisch. Das Kollektiv wird angegriffen. Besetze Position. Jetzt gerade werden wir aber ziemlich belagert. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau abgeschossen. Nicht genügend Drohnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das einzige was wir im Moment tun können ist mehr Torpedogeschütze bauen. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Besetze Position. Stationsbau abgeschossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Wir brauchen einen Ort für unsere erste Expansion wo möglichst kein Muttertier ist. Dass wir da einen zweiten Nexus bauen können. Da ist ein unbewachtes Muttertier. Ich habe das Gefühl wenn man sie angreift dann produzieren sie sogar noch mehr. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. So wir brauchen 800 Drohnen für einen neuen Nexus. So. 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 Stationsbau begonnen. Nicht assimilierte Spezies angewiesen. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angewiesen. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Besetze Position. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angewiesen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. So können wir fies sein und direkt hier in den nächsten Nexus bauen. Stationsbau begonnen. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angewiesen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau geschlossen. Schensilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv läuft ja immer noch. Wenn wir morgen aufstehen, wenn der Stream immer noch an ist, dann mache ich mir Sorgen. Ich werde wohl eine Pause machen müssen. Aber ich will auf jeden Fall das hier noch heute zu Ende bringen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Ungültiger Standort. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Dann wird das noch dauern. Wir sind jetzt in Mission 15 von 20. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau begonnen. Besitzer Positionen. Besitzer Positionen. Stell Positionen. Das wäre ein gutes Icon für einen privaten Minecraft-Server. Ich glaube, du hast schon einige gute Ideen. Dautionsbau abgeschlafen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlafen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau begonnen. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlafen. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird 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 angegriffen. Besätze Positionen. Stationsbau begonnen. So, der Mond ist bald durch. Dann können wir die Schiffe wiederverwenden. Aber da brauchen wir keine Crew für weitere Frachter zu verschwenden. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Ja, der Ultrizium stoß vom Diamanten könnte... Ich glaube, das könnte sogar das sein, was gewollt ist, was man macht. Ich glaube, das ist sogar in den Chips gewesen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Wir haben das ganze Delizium aus diesem Sektor. Dann können wir nämlich hier den Verarbeitungsknoten demontieren. Wir kriegen 150 Drohnen wieder. Forschung begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Verarbeitung. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau begonnen. Zusätzliche Technologien erworben. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. So, kriegen wir jetzt mal eine von den Mudders weg. Das Kollektiv wird angegriffen. Yo. Stationsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. So, das dürfte jetzt die Sache wenden. Das Kollektiv wird angegriffen. Besetze Positionen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht gemügend drohnen. Schiffsbau beginnen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Schiffsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. So, da das ja relativ lange dauert. Mit dem Transwarp-Tor. Wo ist ein Assembler? Einer ist hier und einer ist hier. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. In Lore eigentlich auch Planeten. Ja, Planeten haben sie schon, aber die werden halt einfach, da werden einfach alle Rohstoffe extrahiert und dann geht's weiter. Also sie haben keine Heimatwelt mehr in dem Sinne. Oder irgendwelche planetaren Stützpunkte, da geht es halt rein um Rohstoffextraktion. So, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr übrig sein von den feindlichen Schiffen. So, jetzt können wir die Schiffen. So, jetzt können wir die Schiffen. So, wieder ein blauer Spaß hier noch. Zweieinhalb Minuten. So, jetzt können wir die Schiffen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. Besetze Positionen. Stationsbau begonnen. Okay, da ist die Verteidigung. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Nicht genügend Ressourcen. Nicht genügend Ressourcen. Nicht genügend Ressourcen. Besetze Positionen. Besetze Positionen. Besetze Positionen. So, wir können hier ja noch nicht so viel machen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Schiffsbau beginnen. Nicht genügend Ressourcen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Ressourcen. Boah, ich hätte das aber nicht in Erinnerung, dass die so stark an allem hängen bleiben. Schiffsbau beginnen. Nicht genügend Ressourcen. Temporale Störungen entdeckt. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Ressourcen. Schiffsbau abgeschlossen. So, dann haben wir unsere Extraktionspunkte. Schiffsbau beginnen. Besetze Positionen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Ressourcen. Ja, wir haben nicht genug Delizium. So, das können wir dann später demontieren. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. So, gucken wir mal, ob wir ein bisschen provozieren können. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Jo, da haben wir jetzt auf jeden Fall den Pöder geschluckt. Das Kohlertief wird angegriffen. Oh, die Enterprise ist mit dabei. Oh, ich glaube, die zieht sich jetzt bei der nächsten Gelegenheit zurück. Stimmt, das ist absolut irrelevant. Wenn generell ein feindliches Schiff einen Zeitsprung macht, sollten wir nicht drüber reden. Nicht assimilierte Spezies. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Du meinst, die große Blase, die hier vorhin war, das war die Superwaffe von der Föderation. Da man denen keine Massenvernichtungswaffe geben wollte, können sie in einem bestimmten Bereich die Zeit einfrieren. Stationsbau abgeflossen. Schiffsbau beginnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Das Kollektiv wird angegriffen. So, bauen wir mal ein paar Sensoren verlangsen. Besitze Positionen. Stationsbau begonnen. Schiffsbau abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Besitze Positionen. Besitze Positionen. Stationsbau begonnen. Zusätzliche Technologien erworben. Schiffsbau abgeschlossen. Wir brauchen gar keinen Diamanten. Wir haben ja schon einen zum Start bekommen. Stationsbau abgeschlossen. Temporale Störung entdeckt. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Ach du Scheiße. Aber zum Glück wechseln sie immer das Ziel. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Schiffsbau abgeschlossen. So das Schiff ist fertig. Das ist fertig. Ihr trefft euch da. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Drohnen. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Stationsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Drohnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Schiffsbau beginnen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Drohnen. Schiff wird zur Demontage bestimmt. Temporale Störung entdeckt. Aber ich glaube sie haben nicht wirklich die Sachen hier um das auszunutzen. Vielleicht kann ich ja sogar eines von ihren Centern assimilieren, damit ich es selber nutzen kann. Besetze Positionen. Stationsbau begonnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Stationsbau abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Drohnen. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Drohnen. Schiffsbau beginnend. Nicht genügend Drohnen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Die Schilde werden schwächer. Vielleicht ist heute ein guter Tag zum Sterben. Schiffsbau. Schiffsbau beginnend. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Schiffsbau. 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 So. Schiffsbau. Schiffsbau. Fürھ. Schiffsbau. Valor. Ich zumal. Bruder gew�데 Quartier geassimiliert. Schiffsbau abgeschlossen. Nicht genügend Drohnen. Na gut, nur weil es keiner mehr gibt, noch Befehle gibt. Das heißt ja nicht, dass der Rest aufgibt. Ich meine, wir reden ja von den Borg. Außerdem war das ja nur das orbitale Hauptquartier, nicht das, was auf der Erde selber ist. Ich meine, wir reden ja von den Borg. Ja, leider, wenn das Schiff den Namen hat, dann hat es auch keine große Lebenserwartung. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das ist Kölner, Tiefel, Ammugliften. Das ist Kölner, Tiefel, Ammugliften. Boah, dieser eine Frachter ist noch da. Auf dem Frachter will ich jetzt auch nicht sein. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Primärziel erreicht. Assimilierung der Erde beginnen. Wir verlieren Energie. Captain Picard, ich konnte eine temporale Spalte öffnen, bevor Botschafter Spock assimiliert wurde. Es mag vielleicht nicht ausreichen, aber wenn die Klingonen und Romulaner hier wären, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Einverstanden. Einverstanden, Mr. Data. Setzen Sie einen Kurs zur Premonition. Kommander Data, rufen Sie den Konvoi. Sagen Sie ihn, Sie sollen auf Alarmstufe Rot gehen und beginnen, die Gegend auf Transform-Signaturen hinzuscannen. Informieren Sie Botschafter Spock, dass die Enterprise ihn persönlich zur Friedenskonferenz eskortieren wird. So, die Mission hier ist ein bisschen nervig. Ja, die gehen alle schön direkt auf die Odyssey. Ja, das ist ein bisschen nervig. Leute, nein. Was macht ihr denn? Alarmstufe Gelb. Alarmstufe Gelb. Feind angegriffen. Ja, man müsste mich hören. Ich sehe auf jeden Fall den Ausstatt. Das ist echt fies, dass sie den Borg halt auch wirklich alle Spezialwaffen gegeben haben. Einschließlich des Ich übernehme mal eben dein Schiff. Transwarp-Signatur entdeckt. System durch Borg-Naniten infiziert. So, das hier ist natürlich auch maximal abpackt. Ja, das können wir vergessen. Feind angegriffen. Ist mit Anstand meine größte Hass-Mission eigentlich im Spiel. Gerade weil sie entweder extrem einfach oder extrem schwer sein können. Alarmstufe Gelb. Transwarp-Signatur entdeckt. Wobei ich halt nicht weiß, ich warte jetzt mal kurz. Ich will wissen, ob man, ob die Borg dauerhaft spawnen. Oder ob man einfach nur ein bisschen Zeit sich lassen muss. Alarmstufe Rot. Mrrett із�만. Grüß Gott testaha. Musik 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 Ich habe ihn mitgebracht. Leute, hört auf. Sag mal, kannst du bitte jetzt? Okay, das war der Gaming-Effekt. Ich wollte doch Techniker-Team machen. Feind angegriffen. Transport-Signatur-Effekt. Das war's für mich. Ist hier irgendwo ein blauer Nebel? Dann kann ich nämlich Spock einfach da parken. Irgendwie ist das Pathfinding auch in dieser Mission besonders schlimm. Welcher Death hat sich gedacht, das hier ist eine schöne Spezialwaffe für die Borg. Jetzt mal ganz ehrlich. Alarmstufe Rot. Feind angegriffen. Schild Disruptor. Schild Disruptor. okay es kann nicht auf sich selbst das techniker team anwenden das ist natürlich sehr sinnlos so was passiert wenn ich ohne spock da eintreffe so feind angegriffen so 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 wir können uns auch darauf verlassen dass die romulan eher nichts tun um mal diesen sektor hier sicher zu halten dafür dass sie die konferenz hier anscheinend also dass sie als gastgeber agieren so 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 die Borg herkommen. Außer sie haben halt extra irgendwie eine dynamische Cutscene dafür gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Feind angegriffen. Kanzler, ich danke Ihnen, dass Sie mit dieser Konferenz einverstanden sind. Botschafter Spock wurde schon zum Planeten gebeamt und von Admiral Sela gegrüßt. Sie erwarten Ihre Ankunft, um mit den Verhandlungen zu beginnen. Ich hoffe, es wird unseren drei Regierungen gelingen, unsere Streitigkeiten beizulegen, bevor es zu spät ist. Das Messkript nicht einfach Units ist. Bestimmt, aber die haben es ja so gelöst, dass, huch, da ist das Spiel direkt wieder abgestürzt, dass die Spawns über die Transwarp-Tore kommen. Sir, ich empfange eine Nachricht von der Enterprise. Sie sind mit Verstärkung unterwegs. Aber die Zeitschleife, die wir erzeugt haben, wird nicht vollständig sein, wenn Sie sich nicht von der Prämonition an genau denselben Moment in der Zeit zurückversetzen lassen. Ich übermittle der Prämonition nun die spezifischen Zeitcodes. Und die Borg? Botschafter Worf wird die Borg abwehren müssen, bis wir eintreffen. Die Borg-Tore kommen. So, Worf muss überleben. Das heißt, er tarnt sich und parkt da hinten. Total Klingon-like. Dann, wir benötigen... Ist hier... Ne, hier ist keine Sternenbasis. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir die Galaxy-Klasse nicht selber bauen dürfen. Raumschiff-Bau begonnen. Station wird angegriffen. Raumschiff fertiggestellt. Temporale Störung entdeckt. So, dann brauchen wir... Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Hier haben wir Schiffe. Wo ist die verbesserte Werft? Hier. Raumschiff war uns begonnen. Raumschiff fertiggestellt. Temporale Störung entdeckt. Station wird angegriffen. Ich sag mal so, die Mission vorhin ist eigentlich die einzige, die wirklich unausgereift ist. Der Rest ist alles total machbar. Raumschiff fertiggestellt. Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff Raumschiff fertiggestellt. Oh, das ist ja noch was. Soll ich jetzt sogar zwei? Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Temporale Störung entdeckt. Stationsbau begonnen. Raumschiff fertiggestellt. Forschung abgeschlossen. Station wird angegriffen. So, wartet, ihr geht auf das. Dann haben wir jetzt zwei Gruppen. Falt angegriffen. Raumschiff fertiggestellt. Station fertiggestellt. Beginnen. Stationsbau begonnen. Benötige zusätzliche Besatzung. Ich bin mal gespannt, ob wir das Snapskript, also ob man es theoretisch gewinnen könnte, ohne dass die Verstärkung kommt. Oder ob man damit das Snapskript auch komplett killt. Und angegriffen. Au. Station wird angegriffen. Station fertiggestellt. Raumschiffbau begonnen. Forschung abgeschlossen. Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Station fertiggestellt. Station wird angegriffen. Ja, die Borg bauen langsam gut Druck auf. Temporale Störungen entdeckt. Raumschiff fertiggestellt. Transport-Signatur entdeckt. Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Okay, das war jetzt aber Rettung letzter Sekunde. Station wird angegriffen. Raumschiff fertiggestellt. Stationsbau begonnen. So, du gehst dich reparieren und der Rest kann hier mal aufräumen. Feind angegriffen. Und rettet das Schiff. Raumschiff fertiggestellt. Station wird angegriffen. Station wird angegriffen. Raumschiff-Bau begonnen. Raumschiff-Bau begonnen. Raumschiff-Bau begonnen. Hier ist Captain Jean-Luc Picard von der USS Enterprise. Ich übernehme im Namen des Kommandos der Sternenflotte das Kommando über alle Streitkräfte der Föderation. An alle Schiffe, bereiten Sie sich auf neue Kampfbefehle vor. Es ist schön mal wieder Ihre Stimme zu hören, Captain. Vielleicht wird der Sieg nun unser sein. Die Siegesfeier besprechen wir, wenn die Erde vor der Bedrohung durch die Borg sicher ist. Bereiten Sie Ihre Schiffe vor, Worf. Diese Schlacht hat soeben begonnen. So, Martok, Sela und Picard müssen alle überleben. Das heißt, ihr parkt alle da hinten. So, und dann machen wir hier draus die Kampfgruppe 3. Die Station wird angegriffen. Raumschiff fertiggestellt. Okay, Kampfgruppe 3 nimmt gerade gut Damage. Temporale Störung entdeckt. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt. Beim Angegriffen. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt. Dann kommt ihr hier hin. Eine Steamora, die hier vorhin hing. Geht bitte zur Reparatur, auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht mehr verwenden werde. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt. Station wird angegriffen. Station wird angegriffen. Feind angegriffen. Temporale Störung entdeckt. So, die Prämonition ist auch bereit. So, die Prämonition ist auch bereit. Raumschiff fertiggestellt. Temporale Störung entdeckt. Temporale Störung entdeckt. ội Palaz cruise trainiert. Raumschiff fertiggestellt! Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt! Raumschiff fertiggestellt. So, die 1 knurrt sich da rum, die 2 hier rum. Raumschiff fertiggestellt. Raumschiff fertiggestellt. So, wieder einen Schiff nachziehen. Raumschiff fertiggestellt. 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 Remunition einmal freezing ein das ist ein der die 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Zählen jetzt ernsthaft die Wax noch mit? Ne, hier ist noch, hier ist noch eine Sensorenverlangs. Also zumindest die Dinger hätte man ja wohl ausnehmen können. Ich empfange Warpsignaturen der Föderation. Sie kommen auf uns. Das Kommando der Sternenflotte hat mich beauftragt, die Verteidigung an der Marsperipherie zu verstärken. Nächstes Mal werden es sich die Borg zweimal überlegen, bevor sie die Erde anzugreifen versuchen. Admiral, ich kenne die Borg. Sie geben nicht eher auf, bis die Erde gefallen ist. Sie werden weiterhin wachsen, bis sie uns zerstören. Wir müssen jetzt zurückschlagen, während wir die Übermacht haben und sie aus dem Alpha-Quadranten vertreiben. Wenn wir zögern, bedeutet unser Sieg hier gar nichts. Sie haben das Kommando über die Flotte, Captain. Viel Glück. Musik Musik Computer-Logbuch der Enterprise Captain Picard Sternzeit 53563,2 Wir haben die Transform-Signaturen der Borg bis zu diesem Sektor verfolgt. Wenn wir das Transform-Tor in diesem Sektor in unsere Gewalt bringen können, sollte es uns zum Zentrum der Borg im Alpha-Quadranten und damit hoffentlich auch zur Position des Omega-Partikels zurückführen. Dies ist unsere einzige Chance. Ich bin mir nicht sicher, ob gerade die deutsche Synchro reingeschissen hat oder ob sie wirklich gesagt haben, dass wir zur Borg-Basis im Alpha-Quadranten wollen. Aber die Borg haben eigentlich ja extra das Omega-Partikel nach Uni-Matrix 1 gebracht, die definitiv im Delta-Quadranten ist. Und zwar tief im Delta-Quadranten. Nur wenn es ein Alpha-Quadranten wäre, bräuchten wir auch kein Transwarp-Tor. Bei wenigstens müssen wir jetzt hier nicht jeden Tag-Tree einzeln entwickeln. Das ist schon mal... Da haben die Entwickler gut nachgedacht. Station fertiggestellt. Bau der Station im Gange. Kann dort nicht bauen. Warum nicht? Stationsbau begonnen. Bau der Station abgeschlossen. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Station fertiggestellt. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Okay, die Borg fangen an, Druck aufzubauen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. So, da die Avenger so agil ist, schicke ich sie einfach mal in die Ecke und hoffe, dass niemand sie findet. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. So, die Helden helfen hier aus. Wir haben den Preis angegriffen. So, das nächste wäre dann das Waffencenter für die Klingonen, weil wir brauchen die Enter-Trupps. Wir haben den Preis angegriffen. Stationsbau wurde begonnen. Bau der Station abgeschlossen. Verstärkungen sind unterwegs. Bau der Station im Gange. Wo ist, hier ist das Konstruktionsschiff. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Oh, hier ist ja noch ein, äh... Bau der Station abgeschlossen. Noch ein Mond. Stationsbau begonnen. Wir haben nicht genug Krieger. Verstärkungen sind unterwegs. Station fertiggestellt. Bau der Station im Gange. Wir haben nicht genug Krieger. Schiffsbau hat begonnen. So, Kommandoteam. Das Waffensystems hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben eine neue Waffe entwickelt. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. So, dann brauchen wir die Reichswehrhaft. Stationsbau wurde begonnen. Schiffsbau hat begonnen. Bau abbekommen. Warte, wir brauchen einen Romulanische Aufklärer. Aber mit, mit, mit Bird of Praise zu scouten wird, das wird nervig. Bau der Station im Gange. Dann nehmen wir, wir können度 DNC machen. Dann gehen wir, warte, bei einer Rdosyn роз! Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. So, pass auf, wir hätten gerne ein paar. Schiffsbau hat begonnen. Von denen, dann gucken wir mal, was hier ist. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Sperrwerk... Die Schlacht hat begonnen. Und so, das wird angegriffen. Danke schön, Spiel. Ja? Boah, das ist so ein Abpack. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Schiffsbau hat begonnen. Schiffsbau hat begonnen. Die Schlacht hat begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Station wird angegriffen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. So, wir müssen den Kubus eingenommen. Nein, natürlich nicht. Stationsbau begonnen. So, das wird die Gruppe 2. Schiffsbau hat begonnen. Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. Wo ist der Romulanische Konstruktor? Hier. Hier wäre es natürlich nice, so eine Phönix-Einrichtung bauen zu können. Aber ich glaube, wir sind schneller mit den Klingonen-Schiffen. Die Schlacht hat begonnen. Unsere Macht wird angegriffen. So, Diamant erobert. Eine bringt zwar nichts, aber wir haben es gemacht. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Verstärkungen sind unterwegs. Benötige zusätzliche Besatzung. Nicht genügend Crewmitglieder. Station wird angegriffen. Ich glaube, der Entwickler, der sich das hier ausgedacht hat, hat sich gedacht, die Leute sollen Hotkeys lernen. Schiff fertiggestellt. Nicht genügend Crewmitglieder. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Wir haben eine neue Waffe entwickelt. Raumschiffbau begonnen. Raumschiff fertiggestellt. Station wird angegriffen. Station wird angegriffen. Feind angegriffen. Feind angegriffen. Schiffsbau hat begonnen. Raumschiff fertiggestellt. Bau der Station im Gange. Bau der Station im Gange. Wir haben nicht genug Krieger. Wir haben nicht genug Krieger. Wie viel braucht der 500? befreensonflight. Wart. ει- k Dass. Mach. Das ist jetzt gut weiter. So zählst ein count lavoro. Taliban von einer gewaltenden analytischen für die Flotte. Bau der Station M. Gange. Station fertiggestellt. Die Schlacht hat begonnen. Stationsbau begonnen. Bau der Station abgeschlossen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Station fertiggestellt. So, ein paar Torpedo-Geschütze. Der Bau einer neuen Gefichtsstation ist abgeschlossen. Stationsbau begonnen. Schiffsbau hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Verstärkungen sind unterwegs. Verstärkungen sind unterwegs. Benötige zusätzliche Besatzung. Dann ist das nächste Stream, wo ich hier war. Gut, warst du bei dem Hauptspiel Longplay für Siegler dabei? Ich meine, das waren ja 15 Stunden. Stationsbau begonnen. Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Königin Ehe Siedler 4, als wir die Hauptkampagne im Longplay gespielt haben letztes Jahr. Das wurden 15 Stunden. Und das Trojaner Longplay waren auch zwölf. Station fertiggestellt. Die Schwestern begonnen. Das war die Schiff für's Flotte, die Schiff für die Schiff für die Schiff. Ich produzi про mich schon sehr kurz. Es wird unter倒 Lasst 1, die Schiff für's Flotte für die Schiff als брать. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Schiffsbau hat begonnen. Schiffsbau hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. 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 Kann dieses Schiff mal langsam fertig sein? So, Technologieknoten wäre wichtig, dass die Borg nicht mehr unser Hut abfacken können. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Hast du schon genug Footage? Ja, definitiv. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Benötige zusätzliche Besatzung. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. 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 wir müssen einen weg finden um das transportor in unseren besitz zu bringen beim transport sind wir doch noch gar nicht hoch jetzt meine eigenen schiffe auch noch teilweise reingeflogen ich habe das letzte die lichter nach diesem felsen gewonnen wir haben ein neues schiff für die flotte ich habe das delizium erschöpft so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen sie abwehren, bis Verstärkung eintrifft Station wird angegriffen Feind angegriffen Ich habe das Filizium erschöpft Wir haben ein neues Schiff für die Schlotte Unsere Basis wird angegriffen Doch neun Minuten Ach, wir könnten hier sogar theoretisch Warte, wir können auch Türe durch den hier machen Transwarp-Signatur-Effekt Die Schlacht hat begonnen Doch, ach, wir sind Wo sind die anderen Konstruktionsschiffe? Hier Und das Romulanische Habe ich das überhaupt noch? Das ist hier Stationsbau begonnen Doch, sieben Die Schlacht hat begonnen Station wird angegriffen Transport-Signatur-Effekt Transport-Signatur-Effekt Ich habe das Filizium erschöpft Bau der Station im Gange Leute, hört doch mal auf das Schiff zu schießen Haltet euch bereit Haltet euch bereit Wir sind bereit für den Kampf Wir sind bereit für den Kampf Wir sind bereit für den Kampf station fertiggestellt benötige zusätzliche besatzung das schiff hier war eine rohstoffverschwendung aber ist ja nicht so als hätten wir mangel bleiben noch fünf minuten bau der station abgeschlossen verstärkungen sind unterwegs verstärkungen sind unterwegs noch vier minuten station wird angegriffen station fertiggestellt stationsbau begonnen drei minuten schaffen wir das ich weiß ja nicht die schmerz am begon die schmerz am begon station fertiggestellt zwei Station wird angegriffen. Noch eine Minute warten. Untertitelung des ZDF, 2020 Boff, bereiten Sie Ihr Ablenkungsmanöver wie geplant vor. Ja, Sir. Finale. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind eins, Pika. Ich wusste, dass Sie mir hierher folgen würden. Die Menschen sind berechenbar. Ihre Schiffe und ihre Mannschaften werden in das Kollektiv assimiliert. Aber Sie, Pika, stellen für das Kollektiv eine zu große Bedrohung dar. Sie und die Enterprise werden zerstört. Angegriffen. Sir, Forkschiffe, Sie nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Das ist eine Falle. Achtung an alle Ausweichmanöver. Ziehen Sie sich zum Warptor zurück. Ich wiederhole, alle Schiffe zurück durch das Warptor. Oh, no. Untertitelung des ZDF, 2020 Es scheint, die Borg sind auf ihren Plan hereingefallen, Captain. Hervorragend, Worf. Anscheinend kennt Locutus meine Gedanken doch nicht so gut, wie er behauptet. Jetzt müssen sie ein Konstruktionsschiff der Borg einnehmen und ein Transforbtor errichten, damit wir zurückkehren können. Verstanden, Captain. Worf Ende. So, es sind zurück zwei in der Nähe. Aber das war nicht gut. Ne, das schaffen wir gerade nicht mehr. So. Diesmal nutzen wir auch die Tatsache, dass wir eine Tarnung haben. Ähm, die Föderation entwickelt keinen Transforbantrieb, nein. Sie haben mal einen entwickelt, irgendwann zu Kirkszeiten. Aber inzwischen wird eigentlich davon ausgegangen, dass das praktisch der neue Standard geworden ist in der TNG-Ära und deshalb auch die Warp-Skala dann ein bisschen anders funktioniert. Aber es hat nicht wirklich was gemeinsam mit dem Transforbantrieb der Borg. Ich find's eher interessant, dass sie noch auf diese Distanzen kommunizieren können, dafür, dass wir definitiv im Borg-Raum sind. Nope, 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 nope. Weißt du, sonst kriegst du so ein Verreck nicht darum, durch den Nebel zu fliegen, aber hier fliegen sie jetzt gerne mal so rein. Ich find's auch toll, dass die Klingonen, gut, die, äh, Enter-Schiffe haben ja keine, ähm, keine Tarnvorrichtung. Aber zumindest ein paar Warbirds hätten wir bekommen können. Also, wir müssen die Klingonen, gut, die, ähm, keine Tarnvorrichtung, gut, die, ähm, keine Tarnvorrichtung. So, dieses Schiff hat zum Glück wesentlich weniger Besatzung als normalerweise. Stationsbau wurde begonnen. Quantenverschränkung, wir kennen keine Distanz. Das stimmt, aber das war ein Messeffekt, wo sie sowas hatten. Na gut, ich weiß grad nicht genau, wie die Zeitlinie hier, ob sie da schon Kontakt mit der Voyager hatten. Aber ich meine, das hat ja auch bestimmte Naturphänomene eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das so einfach übertragbar gewesen wäre. Ich weiß, als ich das hier das erste Mal gespielt habe, ich hab da oben irgendwo das Tor gebaut, hab keinen Dilithium-Mond gehabt. Ich glaub, den hier hab ich erst gefunden, nachdem die Borken tatsächlich dann leer gemacht haben. Und ich bin dann die ganze Zeit hingegangen, hab die Schiffe von den Bork übernommen und dann demontiert, damit ich Dilithium hatte. Aber ich hab auf die Weise gewonnen. Benimballiert aus dem Borken. Et nehmen die Borken. Und ich bin dann die Borken. Aber ich Personality habe von demnialen Borken. Und ich habe limitiert, damit ich nur die Borken-Borken batte. Mit einer guten Borken hierherłam. Und ich kriege das Christen. Und ich Untertitelung des ZDF, 2020 So eine Art zu gewinnen ist ja pures Mobbing. Es ist schon irgendwie so Challenge Run mäßig. So, hört mir auf mein Delizium zu klauen. Also sie hätten zumindest die Bauzeit mal ein bisschen verkürzen können. So, mein Mond. So, mein Mond. Es ist auch weird, dass die Borg halt so passiv am Anfang sind. Und die nicht direkt am Arsch kleben. Ich meine, es ist ja immerhin ein Kollektiv. Also sie kriegen das ja alles mit, was hier passiert. Und die nicht direkt am Arsch kleben. Ich meine, es ist ja immerhin ein Kollektiv. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Wir müssen schnell handeln. Die Borg werden die Transform-Aktivität bald entdecken und Schiffe schicken. Beginnen Sie mit der Konstruktion und bereiten Sie sich auf einen Angriff vor. Wenn wir den Bereich gesichert haben, müssen wir unbedingt die Omega-Eindämmungseinrichtung finden und zerstören. Wenn Omega destabilisiert wird, zerstört die Kettenreaktion den gesamten Subraum in diesem Sektor und alles, was sich darin befindet, einschließlich der Borg. Uns wird nicht viel Zeit bleiben zu entkommen, aber wir haben keine Wahl. Ich bin mal gespannt. Es gibt ein Event, was wir vorher machen müssen, aber ich bin mal gespannt, ob es auch so geht. Stationsbau begonnen. So, wo ist das Morulana Schiff? Kriegen wir dich vielleicht ein bisschen mehr zum Planeten? Genau. So, die Avenger tarnen sich. Bau der Station im Gange. Falsch angegriffen. Nee, die Borg überleben das hier. Keine Sorge. Sonst hätten wir ja kein Sequel. Außer im Verschwimmen bei den Borg-Völkergrenzen. also im Verschwimmen. diabOpen, Where are possiamo aus? Station fertiggestellt. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Kann dort nicht bauen. Stationsbau begonnen. Raumschiffbau begonnen. Oh, wir dürfen dieses mal sogar direkt bauen. Sehr schön. Nein, du bleibst hier. So, wir brauchen direkt mal den Romulanischen Spion. Captain, unsere Sensoren melden Energiestöße vom Borgnexus in diesem Sektor. Sie verstärken sicher die Schilde der Omega-Eindämmungseinrichtung. Wir werden sie zuerst zerstören müssen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob eine Superwaffe wie das Phönix-Projekt reicht, um das trotzdem zu zerstören. Raumschiff fertiggestellt. Station fertiggestellt. Bau der Station im Gange. Wir haben den Feind angegriffen. Okay, die Borg haben Tachyongitter. Raumschiff fertiggestellt. Bau der Station abgeschlossen. Neue Forschung wurde begonnen. Bau der Station im Gange. Stationsbau begonnen. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Station fertiggestellt. Die Frage ist, können wir die andere Seite der Karte schon mal sichern? Bevor die Borg diesen, die ganzen Mona einfach komplett leer saugen. Fortfahren mit Schiffsbau. Raumschiffbau abgeschlossen. Okay, das hier ist sogar komplett unberührt. Sehr nice. Ja, würde ich sogar sagen, wir expandieren direkt in die Gegend. Ich glaube, eine Kombination aus den Superwaffen der Föderation und der Romulaner müsste eigentlich in der Lage sein, Shit, dass wir das hier direkt komplett vernichten können, wenn es möglich ist. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbauят. ystemzchi- Raumschiffbau. 畫strum- Raumschiff Stationsbau wurde begonnen. So, Romulanischer Spion, probieren wir das nochmal. Es muss doch möglich sein, dass wir den irgendwo einschleusen. Fortfahren mit Schiffsbau. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau. 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 Amit credit Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Wir haben den Feind angegriffen. So, hier müssen wir hin. Schiffsbau hat begonnen. Verstärkungen sind unterwegs. Verstärkungen sind unterwegs. Benötige zusätzliche Besatzung. So, hier müsste... Nee, doch, hier ist ein unbegrenzter Mond. Hier ist einer und hier oben müsste einer sein. Ich habe damit so viel Dilithium gefarmt, als ich das das erste Mal gespielt habe. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Wir haben ein neues Schiff für die Plotte. So, wir verstecken die Tal Shia Einrichtung mal hier hinten. Bau der Station im Gange. Nicht genügend Dilithium. So, können unsere Heldenschiffe mal ein bisschen was reißen. Raumschiffbau abgeschlossen. Wir haben den Feind angegriffen. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Bau der Station abgeschlossen. Fahne vukre aus. chúng ja wird euch bes obf Videos erledigt, das warlich zu loanной Ge grinding, ış kam überwuhllend ist. Wir haben sie nicht geschafft gewidemium. Keinelle Abläufe. Für die J almohen. Sie sind nicht los. Mit jemals bewegen. Dank… Die Borg wird sich unserer Anwesenheit bewusst. Vorbereiten auf Angriff. Wir haben den Feind angegriffen. Unser Basis wird angegriffen. Verschmärkungen sind unterwegt. War es das? Stationsbau begonnen. Bau der Station im Gange. Wir haben den Feind angegriffen. Stationsbau wurde begonnen. So, einmal ihre Sensoren killen. Station wird angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Verstärkungen sind unterwegt. Die Station wird angegriffen. Die Station in den Hangern. Fahrbahn geschüttelt. Transform-Signatur entdeckt. Station fertiggestellt. Station wird angegriffen. Legt ihr bitte da rein. Bau der Station abgeschlossen. Wir haben den Stein angegriffen. Neue Forschung wurde begonnen. Raumschiff-Bau abgeschlossen. Die Station wird angegriffen. Bau der Station abgeschlossen. Wir haben den Feind angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Die Station wird angegriffen. Ich würde sagen, was machen wir eine Torpedo-Geschütze bitte. Die Station wird angegriffen. Die Station wird angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. Wir haben den Feind angegriffen. solchen Aussagen것도 nicht ... Wir haben den Feind angegriffen. Wir haben ihn alle ... ないen neuen Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Schlepp hat gekostet. Station, noch angegriffen. So, das sollte euch hoffentlich mit ein bisschen Ruhe verkaufen. Wehe, du assimilierst jetzt die Sternenbasis, mein Freund. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Verstärkungen sind unterwegs. Wir haben den Feind angegriffen. Station wird angegriffen. Bau der Station im Gange. Ah, die bauen gerade gut Druck auf. Bau der Station abgeschraubt. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben den Feind angegriffen. Station wird angegriffen. So, so viel perverlettes Material. Unsätzliche Besatzung. Station wird angegriffen. Wir haben ein neues Schiff für die Flasche. Frau der Station in Gangl. Wir haben den Feind angegriffen. Neue Forschung wurde begonnen. Die Station wird angegriffen. Alter. So, bitte reparieren lassen. Frau der Station abgeschlafen. Die Station wird angegriffen. Wir haben ein neues Schiff für die Flasche. Frau der Station in Gangl. Die Verstärkungen sind unterwegs. Die Schlacht hat begonnen. Die Borg traden hier gerade wirklich gut. Die Verstärkungen sind unterwegs. Die Station wird angegriffen. Bau der Station abgeschlossen. Bau der Station in Gangl. Unsere Forschung wurde abgeschlossen. Aber ich glaube, die Torpedo-Plattformen fangen an, reinzuregeln. Wir haben ein neues Schiff für die Flasche. Station wird angegriffen. Bau der Station abgeschlossen. Die Schlacht hat begonnen. Der Mond ist fast erschöpft. 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 Ja gut, das war okay. Hätte ein schlimmeres Ziel auswählen können. Hat er aber nicht. Die Station wird angegriffen. Die Station wird angegriffen. Die Verstärkungen sind unterwegs. Wir haben den Feind angegriffen. チョSC-F bomb. Er ist nicht hier. Natürlich ist es wichtig. orkomm- Wenn er mal richtig zielen würde mit den Spezialwachen. So, wir müssen hier diese Base zerstören, sonst ist sie hier nie in Ruhe. Bau der Station abgeschlossen. Wir haben ein neues Schiff für die Knochen. Station wird angegriffen. Ich habe das letzte Delizium aus diesem Felsen gesorgt. Wir haben ein neues Schiff für die Knochen. 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 Stimmt, ist das jetzt nicht sogar der Synchronsprecher? Wir haben ein neues Ship für die Flotte. Wir haben ein neues Ship für die Flotte. Wir haben begonnen. Wir haben ein neues Ship für die Flotte. 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 Huch, dass in einen Frachter haben sie glatt assimiliert und dann liegen gelassen. Stationsbau begonnen. Die Schlacht hat begonnen. Neue Station ist tätig. Verstärkungen sind unterwegs. Wir können dort nicht bauen. So, das ist gleich durch. Stationsbau wurde begonnen. Ich habe das Dilizium erschöpft. Neue Station ist fertig. Demontieren Sie diese Station. So, Sensoren. Stationsbau wurde begonnen. Benötige zusätzliche Besatzung. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. Station fertiggestellt. Station fertiggestellt. Stationsbau begonnen. So, wir bräuchten irgendwas, wo wir einen Spion draufschleusen können bei Bedarf. Station fertiggestellt. Station fertiggestellt. Station fertiggestellt. . Das war's. Die Schlacht hat begonnen. So, kann ich jetzt bitte mein Schiff zurückhaben? Transwarp Signatur entdeckt. Aber wo? Ist doch nichts. Stationsbau wurde begonnen. Demontage begonnen. Feind angegriffen. Neue Station ist fertig. Wir brauchen unbedingt diesen unbegrenzten Delizium und danach ist alles andere egal. Schiffsbau hat begonnen. Station wird angegriffen. Da hat es mir die Verarbeitungsanlage weggebrezelt. Da hat es mir die Verarbeitungsanlage weggebreitet. 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 Da hat es mir die Verarbeitunganlage weggebreitet. Da hat es mir die Verarbeitungsanlage weggebreitet. Wir haben ein neues Schiff für die Kloppe. Wir können doch nicht bauen. Wir haben nicht genügend Rettorten. Nationsbau wurde begonnen. Die Schlacht hat begonnen. So, der Rest ist soweit ganz gut. Wir haben ein neues Schiff für die Kloppe. Wir haben nicht genügend Ressorten. Benötige zusätzliche Besatzung. So, ich bin mal gespannt, wie bequem so ein Bergbauschiff ist, aber das ist ja zum Glück nicht mein Problem. Verstärkungen sind unterwegs. Der Bau einer neuen Gefechtsstation ist abgeschlossen. So, Sensorenverlangs und dann ein paar Torpedo-Plattformen. Dann sollte das hier relativ safe sein und danach können wir anfangen, das Ende vorzubereiten. Neue Station ist fertig. Stationsbau wurde begonnen. Stationsbau wurde begonnen. begonnen. Der Bau einer neuen Gefängnisstation ist abgeschlossen. Verfahren mit Schiffbau. Verfahren mit Schiffbau. Stationsbau wurde begonnen. Raumschiffbau abgeladen. So, die sind alle safe. Neue Station ist fertig. Die Schlacht hat begonnen. Stationsbau wurde begonnen. Stationsbau wurde begonnen. neue station ist fertig station fertig gestellt bau der station im gange stationsbau begonnen verstärkungen sind unterwegs ich habe das die lithium erschöpft so passt auf ihr lasst euch demontieren die station auch demontieren sie dieses schiff stationsbau begonnen wir benötigen mehr die lithium wir benötigen mehr die lithium fortfahren mit schiffsbau das hier noch knapp fünf minuten transportsignatur entdeckt aber wo ok wir brauchen so noch ein bisschen länger für das man für das mannheim center hier feind angegriffen und stationsbau wurde begonnen Neue Station ist fertig. Bau der Station im Gange. Verstärkungen sind unterwegs. Bau der Station abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. Raumschiffbau abgeschlossen. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, es ist so eingestellt, dass es einfach alles hier... Jo, das Ding ist wirklich unzerstörbar gerade. Also, es geht nicht. Es geht vielleicht, wenn man genug Burstfeuerkraft da hätte. Dann würde es vielleicht funktionieren. Ähm, wie sieht die Situation da jetzt... Moment. Lassen wir erstmal den Spion wieder aufladen. ... ... ... ... ... Ja, okay, das hat nicht so viel gebracht. ... 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 Moment, die sind zu mir gekommen? Triggert das einen Angriff? Das wusste ich tatsächlich jetzt noch nicht. Schiffsbau hat begonnen. Raumschiffbau begonnen. Mein Tod ist immer gebannt. Widerstand ist zwecklos, Picard. Es ist nur eine Frage der Zöge. Alle Sachen kommen. Die Zöge hat begonnen. Aktion wird angegriffen. So, und jetzt sollten wir aber eigentlich auch in der Lage sein. Transwarp-Signatur entdeckt. Temporale Störung entdeckt. Raumanomalie entdeckt. Hervorragend. Die Omega-Eindämmungseinrichtung ist nun verletzlich. An alle Schiffe. Angriff starten. Raumschiff fertiggestellt. Die Schlacht hat begonnen. Ich habe das letzte Delizion aus diesem Felsen gewonnen. So, kommt er. Raumschiff-Bau abgeschlossen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Raumschiff fertiggestellt. So, alle da, alle da. Transwarp-Signatur entdeckt. Feind angegriffen. Das Omega-Vertifel wird destabilisiert. Informieren Sie alle Schiffe, dass Sie sofort zum Warptor fliegen sollen. Deine. Das Omega-Vertifel wird größer. Das Omega-Vertifel wird verletzlich. Rufen Sie die Enterprise, Fähnrich. Was zum... Lieutenant, wo sind all die Schiffe hin? Sir, unsere Aufzeichnungen zeigen weder die Enterprise noch irgendwelche anderen Schiffe in diesem Gebiet. Überprüfen Sie die Logbücher. Sir, die historische Datenbank gibt an, dass die Enterprise von einem nicht identifizierten Schiff zerstört wurde. Vor über elf Jahren. Captain Picard, Lieutenant Tashaia, alle sind tot. Ein romulanischer Admiral Saylor ist nicht registriert und es taucht in den Aufzeichnungen nur ein Captain Martok auf. Kein Kanzler. Die Borg haben eine Möglichkeit gefunden, die Zeitlinie zu verändern. Da unsere Quantumsignaturen sich von den üblichen unterscheiden, hat dies keinen Einfluss auf uns. Lieutenant, setzen Sie Kurs auf Ort und Zeit dieses Ereignisses. Starten Sie den Zeitantrieb. Computerlogbuch der Enterprise Captain Picard, Sternzeit 4-1-1-5-3,7. Wir haben die Station Farpoint verlassen und sind unterwegs, um medizinische Vorräte nach Altair IV zu bringen. Wir hatten keinen weiteren Kontakt zu dem Wesen namens Q, doch ich hege den Verdacht, dass wir ihn wiedersehen werden. Was Farpoint angeht... Sir, ein nicht identifiziertes Schiff ist eben auf unseren Kurzstreckenscannern erschienen. Captain, jetzt sind es zwei Schiffe. Sir, beide Schiffe scheinen verschwunden zu sein. Gehen Sie auf Alarmstufe Gelb und scannen Sie das Gebiet. Soll ich den Kurs ändern? Nein, Altair IV braucht diese medizinischen Vorräte. Wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Aber achten Sie auf alles, was Ihnen ungewöhnlich erscheint, Fähnrich. Sir, die Zeitlinie wurde wiederhergestellt. Lieutenant, geben Sie die Koordinaten unserer ursprünglichen Zeit und Position ein. Es ist Zeit, nach Wasser zu gehen. Jo, und dann kommt ihr in eine Zukunft zurück, in der er schon existiert. Das wird bestimmt lustig. Computer-Logbuch der Enterprise Captain Picard Nachtrag Indem wir Locutus und Omega zerstört haben, scheinen wir die Borg-Invasion im Alpha-Quadranten endgültig gestoppt zu haben. Die Föderation ist wieder einmal in Sicherheit. Da wir die Premonition nicht orten können, kann ich nur annehmen, dass Captain Deming mit seiner Crew in seine eigene Zeit zurückgekehrt ist. Nun, da die Bedrohung durch die Borg hinter uns liegt, beginnt das Bündnis der Romulaner und der Klingonen bereits wieder zu zerbrackeln. Botschafter Worf hat seine Rolle als Föderationsbotschafter wieder aufgenommen und versucht bei den Verhandlungen zu vermitteln. Ob der Friede anhält oder nicht, wird nur die Zeit zeigen. Es ist nur ein bisschen schade, dass sie jetzt hier am Ende, dass die Galaxy-Klasse halt dadurch, dass sie kein baubares Schiff ist, so wenig Liebe bekommen hat. Und sie dann sie gebraucht haben, um die Enterprise zu zeigen. Aber ich muss sagen, ich meine Armada 2 war Gameplay-technisch, auch wenn nicht alle Neuerungen so sinnvoll waren am Ende, war es technisch die bessere Grundlage zum Modden. Aber Kampagnen-technisch muss ich sagen, finde ich, ist der erste Teil durchaus vorne. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch im Prinzip nur alles überrollt mit den Schiffen, aber es ist trotzdem irgendwie befriedigend. Die Wunschweifel sind auch immer beschädigend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020